VIDEOTEF 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 fan ja nicht so sehr jedenfalls so sachen bei wie die hat dass sie schon dabei ja aber naja und sie ist ja eher der fantasy fan und wir haben halt hier gesessen sie hat jetzt zwei wochen urlaub wie sind es auch rum und ja kann man auch heute abend film gucken ja gute idee was möchte man gucken wo guckst ja kein fantasy haben wir hin und her überlegen dann guckten wir hier gucken wir da und haben nichts wirklich gefunden und dann kamen wir irgendwann auf den ersten filmen jetzt hier gleich gehen soll nämlich the mermaid kurz noch mal zu meinem tag heute bevor ich jetzt hier loslegen wir waren heute im garten das war ein sehr schöner tag und dazu kommt auch da noch ein video oder was heißt gleich aber heute wird er noch ein kleines video kommen für die die sich für unseren garten interessieren und an dem tag an dem wir den hier geschaut haben war meine süße vorher glaube ich auch im garten deswegen komme ich da jetzt mal drauf und zur entspannung guck haben wir abends den film geschaut so asiatische filme also der film ist ja von wie heißt er steven ciao also der hat ja auch sein bekannteste werk dürfte sein kung fu hustle und shaolin zocker die ich beide großartig finde ich persönlich jedenfalls ja und ich habe mit meiner süßen schon den film geschaut habe ich auch auf dem kanal von erzählt die chroniken des geister tempels und da hatten wir schon so ein bisschen das problem mit diesem speziellen asiatischen humor und ich war jetzt wirklich ich habe den film damals nur aus dem verleih gesehen und den jetzt hier ich weiß gar nicht wurde mir die geschenkte da habe ich den von meinem vater im tausch bekommen was ich kann ihren kopf mehr wenn der schenker gerade zuschaut kann das dann über teile schreiben dann weiß ich es wieder ist ja auch egal wo ich ihn her habe ja aber ich habe den zeit noch mal rewatch ich habe den film wesentlich ernsthafter erinnerung freunde ich war nicht so der meinung er hat sie den schau und er hat ja so einen speziellen humor das ist ja eigentlich nicht so für meine süße aber ich glaube der da war doch eigentlich eher so ein ernsthafteres fantasy drama ding mit leichten komödie ein unterhaltsamen einschüben nein das ist eine komödie mit diesem typischen asia bojoin slapstick scheiß teilweise mit gesangseinlage und einem drum und dran naja worum geht es denn also mir gefällt der film trotzdem und sie fand ihn letzten endes dann auch gut es war halt mal eine besondere erfahrung und wir haben uns jetzt auch vorgenommen nächstes mal gucken wir keinen asiatischen film doch nicht so ihr ding übrigen sie macht das hier mit obs denn ich habe keine ahnung wie lange das jetzt hier wird ja ich weiß nicht mehr als zehn filmen um die es jetzt hier geht immer mehr 30 ist darum da ist ein reicher sagt das ist erstmal ein charakter der eingeführt wird wie ein schurke also eher als unsympath der ist irgendwie multimillionär und er hat eine bucht gekauft diese bucht will er aufschütten um land zu gewinnen dass er bebauen kann das ist die grundhandlung in dieser bucht leben halt mehr menschen mehr junge frauen mehr jungen männer und einige von diesen jungen männer oder zumindest einer der hat keine schwanzflosse als beine sondern krakententakeln acht stück in überdimensionaler form natürlich dann so und das ist so die hauptfiguren wie es geht die erfahren natürlich davon dass das der da machen will und dieser reiche sagt er hat ein neuartiges sonar system in diesem gewässer ausgesetzt denn man weiß von delfinen die dort leben in dieser bucht und die stehen ja unter naturschutz also normalerweise kann er das nicht aufschütten also muss er die delfine auf legale weise loswerden hat er dieses sonar ausgesetzt das sendet halt ein signal dass die delfine nicht mögen also ziehen sie dann da ab das ist eigentlich das ziel dahinter was dieser reiche sagt nicht weiß ist dass dieses sonar so gefährlich ist dass es die delfine tötet und krank macht ja und das eben auch dem mit den mehr jungen frauen und mehr jungen männer weswegen die sich in diese bucht zurückgezogen haben und da in so einem in so einem schiffswrack was da ufert haben die so ihr geheimes versteckt wenn man so will ja so das ist die grundhandlung und die mehr menschen entscheiden jetzt der muss weg wir müssen um unsere bucht hier behalten zu können die typen ausschalten also ein attentat verüben also modeln sie eine mehr jungfrau so um dass sie sich als normale frau tarnen kann die dann halt mit ganz kleinen schritten nur geht ja weil sie spalten ihr halt unten die schwanzflosse und da kann sie halt so ein dass sie so füßmäßig die die auch zusammen rollen in schuhe stecken und dann so ein entsprechendes kleid tragen tragen oder so und sich als mensch tarnen und sie soll sich halt so ein bisschen an den ran machen ihnen in ihr haus locken und da warten dann schon die anderen mit ihren waffen und wollen ihnen killen so alles weitere ist dann jetzt spoiler falls ihr neu vom kanal seid willkommen ich wenn ich über filme spreche spoilere ich irgendwann ja und heute ist es wieder mal so weit dass ich mir so format mache und immer wenn ich diesen hut trage so lange spoilere ich ihr könnt dann unten in der zeitlinie rum scrollen oder oder hier so schnell vorbei die vögel fliegen tief heute weil das roll weiter tippen wie auch immer ihr seht das dann ja so gut es geht los mit dem spoiler die beiden verlieben sich dann allerdings dummerweise erneinander ja so nach und nach ja und irgendwann kommt es dann auch dazu dass sie ihn tatsächlich dieses dieses in ihre hütte lockt trotz allem obwohl sie schon anfängt so ein bisschen für ihn zu fühlen ja dann hatten sie greifen sie halt an und er sieht halt was los ist so und tut sich dann aber mehr oder weniger mit den mehr menschen zusammen und dann ja geht der punk ab denn er hat eine partnerin da macht das so eine andere reiche schnalle mit und die ist so nicht die gift spritze und die arbeitet eigentlich für ein institut das tatsächlich an mehr jungfrauen forscht ob man hat schon davon gehört dass genau in dem bereich in erde aufkaufen will mehr jungfrauen leben sollen gerüchte halber und jetzt hatte hat sie ja dadurch die bestätigung und schickt dann ihre leute los die soll dann hat eben jetzt die mehr jungfrauen und mehr jungen männer einfangen das ist ja eine wissenschaftliche sensation da kann man ja ordentlich neue erkenntnisse gewinnen und geld mitmachen und plötzlich schlägt der film um im finale und wird zum knüppelharten gewalttätigen gemetzel wenn die typen länder plötzlich diese mehr jungen menschen höhle stürmen und die mehr jungen frauen abschlachten regelrecht ja und die sich dann auch wehren es gibt eine ganz alte mehr jungen frau so eine alte weise die riesengroße schweifflosse wenn sie damit so peitscht er kann sie sogar figuren aus dem wasser form die erzählt also die geschichte der mehr jungen menschen blablabla oder mehr menschen oder wie sagt man und so in einer szenen ja und mit dieser flosse macht sie halt eben dann das wasser so dass es wie ein zunamen die rumpeitscht da und die leute da an die wände schleudert das ist richtig action so ein bisschen im finale ja ja und unsere heldin also die mehrjungen frauen die sich unser held auch verliebt die wird dabei sehr 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 schwer verletzt und will dann nachher eigentlich nur noch ins wasser entkommen der unser held jetzt hält mittlerweile hat übrigens mittlerweile das so nah ausgestaltet und als die mehr menschen das dann merken ja die überlebenden fliehen sie ins offene meer hinaus das können sie dann ja jetzt wieder dann wir jagen allerdings diese komische alte bitch diese diese geld geile jagt jetzt unsere heldin die ja auch auf der flucht ist und fasst sie eigentlich auch da kommt er aber dazwischen das ist eine ziemlich bescheuertes hin weil er kommt im jetpack angeflogen und wie es dazu kommt ja das ist eines von diesen comedy dingern einer von diesen reichen säcken der kommt da auf zum treffen mit dem jetpack angeflogen guck mal was ich tolles habe bla 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 das ist so diese alverne scheiße und auf seinem weg mit dem auto bleibt er im stau stecken und direkt neben ihm ist dieser typ und er weiß aha der wird sicherlich sein jetpack dabei haben und nimmt ihm das dann ab fliegt damit dann zum showdown will dann die mehrjungen frau retten indem er sie auf den armen trägt und in richtung wasser geht um sie da reinzuschmeißen und von hinten schießt dann diese bitch mit pfeilen auf unseren helden der eigentlich dann man könnte echt meinen okay das sind jetzt tödliche treffer weil die vorne wieder raustreten die die spitzen ja und dann wird sie halt noch ins wasser mit letzter kraft und scheint dann zu sterben es gibt dann aber einen zeitsprung er hat mittlerweile ein ganzes vermögen also erlebt doch unser held hat sein ganzes vermögen mittlerweile pro meeresbiologie und ökobotschaft mäßig investiert und lebt jetzt mit dieser mehrjungfrau zusammen die natürlich als seine frau getarnt dann kurz auftaucht ja und danach sieht man noch eine szene wie sie halt runter tauchen ins reich der mehrjungfrauen im offenen meer und dann ist alles happy end so also man beende das dann noch auf dem positiven punkt ja bisschen schade finde ich dass diese alte diese diese blöde fiese bitch nicht ihr fett weg bekommt man sieht halt wie sie mit pfeilen auf den auf den helden schießt und dann wird sie verhaftet was aus der jetzt letztendlich noch wird es wird nicht weiter beleuchtet ja naja ist halt so muss man mit leben gut also ich mag den film haben meine süße ist nicht so dabei sie fand zwar die spezialeffekte gut sie fand die ernsten momente wirklich gut ja und noch einige charaktere und auch die charakterentwicklung der hauptfigur vom schleimigen schmierigen reichen geld sagt zum dann doch empathischen menschen ja das ist gut gemacht in dem film kann man nicht anders sagen das finale ist dann halt plötzlich überraschend ernst ja was ich aber gut finde das ist ein netter kontrast zu dem eigentlich eher albernen film dann doch wenn man mit diesem asiatischen humor überhaupt nicht klarkommt dann sollte man allerdings vielleicht erst mal sich zweimal überlegen was ich überhaupt anguckt spezialeffektmäßig aber und von den ideen von der kreativität her gesehen sag ich mal ist der film aber wieder sehr schön ich mag die steve schaufelme einfach und ich finde auch schade dass da irgendwie nichts neues mehr kommt nicht so wirklich nach deutschland und so ich glaube er hat mittlerweile inzwischen auch wieder einige filme gemacht aber die kommen irgendwie gar nicht nach deutschland ich weiß gar nicht mehr ich habe da länger nicht mehr nachgeguckt aber egal so jetzt kommen wir dann zum b-klopper action anteil ich bin ja einer der immer gerne hergeht und sagt ja scheiß hollywood kannst du alles vergessen die luschi pushy scheiße wenn ihr einen richtigen knallharten geilen actioner wollt müsst ihr in den b-movie bereich gucken da gibt es noch befriedigende gibt es noch echte helden und befriedigende showdowns wo es zur sache geht ja ich kann mich auch ehren ich gebe zu ich kann mich auch ehren die ersten was sind es vier filme fünf filme die hälfte der filme jetzt noch kommt kann man fast sagen sind zwar nicht schlecht das will ich nicht sagen das sind alles filme die so gut sind dass ich sie auch behalten werde aber das ende alter wo sind die zeiten hin in denen es noch richtige action helden showdowns gab richtigen den sogenannten zusatten so nannten wir es damals bevor wir das wort showdown kannten weil es noch kein internets gab den schlusskampf zwischen helden und schurken ja den liebe ich ich liebe es wenn ein film aufgebaut wird mit einem guten interessanten helden der vielleicht auch noch so ein bisschen charakterentwicklung mitmacht während des filmes ja und mit einem richtig gut gemachten fiesen charismatischen schurken ja den man so richtig schön hassen lernt die beiden treffen vielleicht sogar während des filmes mehrmals fast aufeinander oder sogar richtig aufeinander durch irgendwelche umstände werden sie dann aber wieder getrennt ja es kommt dann doch nicht zur auseinandersetzung die man sich da jetzt erhofft und irgendwann kommt dann das große finale wo es dann wirklich endlich so weit ist dass der held sich den schurken schnappen kann und dass es dann wirklich zu einem schlusskampf kommt und und gut gegen böse finale halt wenn man so will das liebe ich dieses klassische das mag ich das gibt es heute nicht mehr oder nicht ist falsch es gibt noch ausnahmen aber du musst es wirklich mit der lupe suchen ist wirklich so im action bereich mittlerweile das finde ich total tragisch wirklich damals die arnie und die ist die sly filme die hatten das noch die alten hier waren damme filme die alten ist egal firme die guten die hat das auch teilweise noch ja da gab es auch einen vernünftigen brauchbaren handfesten showdown aber da komme ich dann im einzelnen zu den spoilern zu den filmen die es jetzt geht wir fangen an mit the girl from the naked eye mit jason yee jason yee mag ich eigentlich ganz gerne sehen das ist so ein b movie darsteller ein asiate ist das und ich habe schon mal auf meinem kanal glaube ich den film besprochen dark warrior oder wie hieß der und hier ist er gelistet mit dark assassin ja so heißt er nicht dark warrior dark assassin genau und da macht er so ein bisschen in einer szene jedenfalls macht dann ein bisschen einen auf hier guckt mal leute ich bin der neue bruce lee ja aber er macht das ganz gut also er kann kämpfen definitiv das zeigt sich auch in diesem film ja es geht hier darum also erstmal ihr könnt das schon so ein bisschen vom cover her an ja der film hat so ein bisschen diesen leichten sin city look das hat versucht versuchen die hier so ein bisschen zu imitieren und der film ist auch von der machart her gemacht wie so ein film noir wenn ihr also den film noir mögt und zwar diesen klassischen typischen auch von den stereotypen charakteren her film noir kram kann man da ein auge riskieren der film ist optisch auch wirklich nicht übel ja er ist auch ordentlich synchronisiert und eigentlich finde ich ihn auch sehr solide geschauspieler hat es geht also darum unser held wie heißt er jake jake ist ja hat schulden bei so einem bei so einem reichen bastard ja und der ist glaube ich zu hälter der hat irgendwie ist er hat dieses diesen titel geben den club naked eye und seine seine nutten ja die machen auch hier sag schnell wie sagt man das home service also die die fahren auch zu dir nach hause kannst du dir auch nach hause bestellen so ja so escort mäßig oder wie sagt man ich habe mich da nicht so aus aber gut sieht es mir nach und sie mir das jetzt genau nennt und call girl ist das ist das das ist ja auf jeden fall fahren die hat eben auch zu den kunden raus die muss aber auch gefahren und aufgepasst werden auf die wenn sie dann schon mal sich in diese gefahr begeben irgendwo einfach irgendwo in ein apartment zu fahren oder so und das soll jetzt das soll er jetzt machen es ist jetzt so sein job um seine schulden abzuarbeiten bei dem typen da so so und dann lernt er halt ein mädel kennen eine der prostituierten die ist minderjährig die ist 14 16 was ich nicht mehr ja 15 ist ja auf jeden fall ist sie noch nicht 18 so und die verknallt sich ein bisschen in ihnen und er sieht sie eher so als schwester oder tochterfigur ja also er hat er hat keine sexuellen liebesgefühle für sie aber sie sind sehr sympathisch und er fängt an sie wirklich ja noch zu mögen und so obwohl er immer wieder sagt und mit uns beiden läuft aber nix du bist minderjährig ja und die wird jetzt tot aufgefunden und dann fängt er an nachzuforschen wieso weshalb warum was ist da passiert das ein bisschen doofe an dem film finde ich erst mal ja das ist ein bisschen durcheinander gewürfelt jetzt und damals jetzt und damals und ohne dass du irgendwie darauf hingewiesen wird hätten sie jetzt die die vergangenheitsszenen in schwarz weiß gemacht ja dass du weißt aha jetzt ist wieder vergangenheit angesagt oder einfach eingeblendet vor so und so viele tagen oder so ja oder einfach datum und dann urzeit oder sowas jeweils dass du dir hat er das war halt auch rechnen kannst ach so ja das ist jetzt aus einer szenen aus der vergangenheit aber es wird so aneinander geschnitten ist es teilweise gar nicht mehr so denn erst während des verlaufs max ach so ach so das ist jetzt wieder davor ach so ja okay das ist ein bisschen ein bisschen verwirrend gemacht muss ich sagen hier und da aber das naja gut ist wieder meckern auf höherem niveau ich bin ja damit klar gekommen und ich bin jetzt nicht der schlauste mensch so kommen kurz zum spoiler was denn überhaupt los ist und wie sowas hat warum und so ne so es gibt eine szene in diesem film da erzählt da öffnet er sich ihr so ein bisschen emotional in einem gespräch und erzählt ihr halt warum er diese schulden hat bei diesem schweinehund da bei diesem bei diesem zuhelder und dass er diese schulden eben hat so dieser zuhelder wiederum das hat eine verbindung zu einem korrupten kopf und bla und von dieser verbindung weiß das mädchen und dann erpresst sie den zuhälter und sagt ihm halt du hör mal lass dir mal seine schulden ne dann hört er zwar auf für dich zu arbeiten da suchst du dir halt einen anderen aber er will das auch gar nicht machen was er da macht er macht das nur wegen der schulden wenn du das nicht machst wenn du ihn nicht raus lässt aus der scheiße dann fliegt ihr mal auf mal hier ne ja und dann haben sie die natürlich umgebracht so dass das kommt da nachher dann irgendwie das kommt da raus das ist ja so die die auflösung was dahinter steckt hinter dem mord warum die kleine umgebracht wurde so jetzt muss ich eigentlich kurz überlegen wie war das nochmal mit dem schluss weil ich habe ich vergesse ich verdränge finale die mir nicht gefallen grundsätzlich und das ist ja so ein finale gewesen alter kannst du dir nicht ausdenken da war das nachher am ende so dass der also unser held jake sich dann durchkämpft also nachdem er das alles erfährt zu dem obersten schurken wenn man so will da ja und ich kenne das nicht mehr zusammen ich kenne das schon auch nicht mehr zusammen das war so unbefriedigend auf jeden fall also das war so dass dieser korrupte kopf und der der zuhälter sitzen zusammen ja und dann stellt sich heraus dass der korrupte kopf davon erfuhr auch dass das der zuhälter erpresst wird von hinten von dem mädchen und der korrupte kopf der hat sie getötet der hat das mädchen dann gekillt nicht der zuhälter der ist nicht so der typ der da jetzt so eiskalt vorgehen würde ja und dann erschießt bevor der hält da in den raum rein platzt ist ja noch am kämpfen gegen die männer von dem zuhälter und bevor jake dazu in die situation rein platzen kann erschießt der korrupte kopf den zuhälter und will es dann so aussehen lassen dass der zuhälter auch der mörder des mädchens war dann kommt jake dazu und sieht dann aber also weil er weil der korrupte kopf jetzt sagt ja ich habe ich habe das mädchen bereits gerecht er hat sie einfach umgebracht und so und blablabla irgendwie so irgendwas redet er auf ihn ein aber jake ist nicht doof und er sieht halt anhand der der waffe die der polizist trägt das ist die waffe mit der auch das mädchen getötet wo irgendwie so er kommt auf jeden fall dahinter ja als denn der kopf merkt er kommt dahinter dass ich das in wahrheit war richtet der kopf seine waffe auf den helden und dann kommt plötzlich der erschossene zuhälter noch mal kurz hoch und bomb sich letztes mal auf und er schießt den schurken und dann ist zu ende dann stirbt dann auch der zuhälter und gut komplett unbefriedigend der held konnte den tod des mädchens nicht rächen er kämpft sich vor bis zum schurken und schafft es nicht auch nur einen einzigen der beiden schurken selbst zu töten ja wobei der eigentlich schulker ja der der korrupte kopf war das ist komplett unbefriedigende scheiße gewesen und ich weiß nicht was die regisseure sich bei sowas bei solchen showdowns immer denken aber es ist nicht das letzte mal dass wir über so ein showdown hier gleich sprechen es gibt ja noch einige unbefriedigende scheiße leute ja aber da kommen wir gleich noch zu das weiß ich nicht was das sollte davor bevor er da in diesen raum platz erhält gibt es eine längere kampfszene die ist ein bisschen gemacht wie diese hammer kampf szene in oldboy so in one shot von der seite gefilmt dies ziemlich geil die wird aber ganz kurz mit einer anderen szene unterbrochen warum weiß ich nicht du siehst aber auch dass die nahtlos normalerweise laufen würde weil weiter laufen würde weil er wieder aufsteht landet kurz auf dem boden wird kurz niedergeschlagen weil die menge die leute zu viel sind rammelt sich dann aber wieder auf und kämpft dann weiter macht ihr dann alle platt diese szene ist richtig mega geil und jetzt war das okay nach dem geilen kampf was kommt denn jetzt noch für ein showdown ja gar keiner ja gut also wie gesagt optisch ist der film kann man sich wirklich gut geben ja hat so eine film noir story mehr so eine gangster sache und so ein bisschen ja die kann erzählen sind ordentlich nicht das beste was es gibt was ist solide martial arts würde ich sagen ja der showdown ist nicht vorhanden im grunde genommen finde ich persönlich in diesem sinne aber angucken kann man sich den guten film so ist es nicht ja was wir nächsten film nicht geschaut habe und hier haben wir den gleichen fall eigentlich fast ist der film blatt out überhaupt keine ahnung gehabt was es überhaupt ist nie davon gehört er ist mir immer geschenkt worden aber ich kenne ihn hier lukos lukos kennt ihr vielleicht sicherlich auch der war zum beispiel der gegenspieler in blade im zweiten blade film gegen der gegenspieler von blade nicht in blade das wäre dann ein anderes genre vom film der in blade gewesen wäre und außerdem ist auch der gegenspieler was ich gar nicht wusste weil ich den da nicht wiedererkannt habe optisch von hellboy im zweiten hellboy film so das sind so die bekanntesten prominentesten rollen die der so inne hatte er macht aber auch viele b action filme und b thriller und ich mag ihn einfach von der ausstrahlung her finde ich also ich finde der hat potenzial für mehr ja und das hier ist für mich persönlich von seinen b-movies einer seiner besten finde ich ja allerdings das ende wieder meine fresse holy shit also worum geht es lukos spielt einen cop und sein bruder ist ein klein krimineller so ein kleiner dealer irgendwie so und er verspricht seinem älteren bruder also da sein bruder also der der bruder das held ist verspricht dem helden ich steige aus ich mache das alles nicht mehr du hast recht das ist nicht gut für mich ich will raus aus der scheiße und so und dann wendet er sich halt an die gang member mit denen er zusammen zu tun hat und so sagte ihnen halt dass er aussteigen will und ja wird dann von denen platt gemacht ab hier wird es dann zur rache story unser held geht jetzt einen ganz krassen weg für seine rache erstmal schmeißt den job hin macht das also jenseits des gesetzes alles ja und lässt sich irgendwas im körper tätowieren mit gewissen zeichen die im gang bereich irgendwie was aussagen oder so ja das gibt da wohl ne band ne band ne gang die nennt sich die assassins oder so weil er immer sagt ich bin einer der assassins oder so und auf diese weise wird auf jeden fall reinkommen in diese gang bei der ja auch sein bruder war und wenn die von innen heraus zu bekämpfen zu infiltrieren und wer macht ihr hier noch mit wer war hier denn noch mit bei richtig winnie jones und weil kilmer genau und 50 cent macht ja auch noch mit richtig 50 cent spielt glaube ich ein kollegen von ihm also auch ein cop aber nicht ein kollegen das ist glaube ich ein anderer der 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 in einem anderen bezirk am meisten zu sagen hat das ist auch ein richtiger mistbulle den er spielt so mehr oder weniger ganz schönes arschloch so und die macht auch platt um in diese gang zu kommen also das ist einer der aufnahmerituale ist machen macht 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 ein cop platt und dann macht er halt eben diesen 50 cent platz so weit ich mich da jetzt erinnere er lernt dann auch ein bisschen kämpfen oder er kann generell ein bisschen kämpfen und muss dann auch so ein bisschen so ringkampf mäßig ein bisschen was machen und so alles eigentlich ganz nett von der action her und so optisch auch ganz gut und lucos spielt das auch sehr solide und so welke immer spielt natürlich wieder mal komplett auf b movie niveau der ist ja mega abgestiegen der gute spielt hier auch nur eine randfigur kann man nicht anders sagen ja und dann haben wir halt winnie jones das ist der der im grunde genommen seinen bruder erschossen hat ja also eigentlich ist das das haupt rache ziel wenn man so will und ich weiß gar nicht wie der schauspieler als er diesen gang leader spielt so ein bisschen so auf jeden fall infiltriert er jetzt diese diese gang und steigt sogar ein bisschen auf in den in den reihen sag ich jetzt mal so ja so und alles weiter ist ja jetzt schon spoiler eigentlich kommt jetzt aber auch nur noch der show da und ein kleiner plot twist einer nebenfigur kann man schon denken was mich daran ärgert ja es macht natürlich nädel mit eine heiße schnalle die auch in dieser gang wichtig ist und so ja und es stellt sich heraus die alte ist irgendwie fbi cia wie heißt es denn so eine agent tussi die undercover offiziell undercover in dieser gang ist und er fliegt bei ihr halt auf die ist ja nicht dumm die weiß wie das alles ein bisschen läuft und sagt dann halt ja du bist an der cover cop kommen da gibt es zu und dann gesteht sie ihm ja ich bin nämlich auch an der cover als agent hier um die gang von innen heraus auszuheben sorry kohlensäure und dann sagt er aber nein ich bin nicht als offiziell als als cop hier ich mache das hier privat ist mein privates rache ding wenn man so will ne so und dann kommt es dann auch zu einer art showdown ich weiß gar nicht mehr was mit dem gang leader passiert weiß ich wirklich nicht mehr die werden einfach nur alle hoch genommen und dann festgenommen oder so erinnere ich mich gar nicht mehr dran der ist auch nicht wichtig die eigentliche person die um die es geht ist ja der mörder seines bruders winnie jones es kommt dann zu einer längeren verfolge auto verfolgungs jagd und dann crasht der wagen von winnie jones aber auch von dem helden die kommen beide aus den autos raus winnie jones steigt auf seinen schrottwagen oben drauf richtet seine waffe auf den helden und wird von hinten erschossen genau wie ein girl von der naked eye in diesem fall allerdings von unserem weiblichen agent die zwei minuten gefühlt mitgespielt hat die erschießt dann mal eben den gegenspieler des helden wo kam die überhaupt her die war an dieser ganzen verfolgungsjagd überhaupt nicht beteiligt woher wusste sie wann sie wo so schnell sein muss und was sollte das jetzt ich denke ich gucke hier ein rache film die rache die wurde jetzt nicht vollzogen in diesem fall für die er seinen job fein ließ und sich im ganzen körper tätowieren ließ und da das gesetz mehrmals gebrochen hat um da zu überzeugen dass ein gutes gang mitglied ist weil es umsonst die rache hat wurde nicht ausgeführt gut der schweilerhut ist tot ja aber nicht durch seine hand er hat seine rache nicht ausführen können in diesem sinne was ist denn los mit den regisseuren da draußen selbst im b-mobilbereich funktioniert das nicht mehr ich verliere langsam den glauben an die filmwelt ordentlich ohne scheiß jetzt zum glück nicht denn ich habe ja kommen wir noch ein paar film mit wo es dann doch noch anders ist aber das war nix also dass das ende hier ja ich bin wirklich ernsthaft überlegen ob ich den nicht verkaufe obwohl der film mir wirklich gut gefallen hat ja vom erzähltenpo her von den wenigen action szenen die aber ordentlich inszeniert waren teilweise ein bisschen hektisch inszeniert gebe ich zu ja aber es war nie so dass ich jetzt es war nie der der 69 hours effekt ja und ja aber nur wegen dem ende ob ich mir das noch mal wieder angucken will das ende weiß ich nicht ganz ehrlich naja gut was machen jetzt kommen wir zum nächsten filme dachte ich mir okay gehst du mal noch mal sicher holst du dir suchst du dir mal ein film raus mit einem schauspieler wo du eigentlich sagen kannst ja da kannst du nicht viel verkehrt machen und zwar der gute john claude van damme und ich habe geschaut six bullets ja von den namen regisseurs kann ich jetzt gerade aus hier nicht lesen ist zu klein aber na gut alter feiter der film selbst ist echt gelungen muss ich wirklich sagen der einstieg ist sehr gut wann damit spielt sehr gut auch in den ruhigen momenten finde ich ihn sehr überzeugend darstellerisch keine frage die story hier fiel mir eigentlich ganz gut ist zwar natürlich eine typische b action story gab es jetzt schon ein paar mal hier geht es nicht wirklich ein bisschen die richtung taken also 69 hours 96 hours 69 hours doch egal taken so so in die richtung na gut es geht darum das ist ein mma fighter nicht van damme sondern ein anderer schauspieler nicht nie zuvor die bewusst jedenfalls nicht irgendwo wahrgenommen und der hat eine familie frau und kinder wo ein kind eine tochter haben die glaube ich nur egal und die wirklich kidnapped von menschenhändlern von mädchenhändlern und also die machen da die urlaub in kann ich kann ich wissen wo das spielt bla 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 warum steht hier kein ort nein die tochter ok und wo steht nicht ok ja die machen irgendwo urlaub weil er irgendwie ein kampf ist den dieser mma fighter da durchziehen muss und deswegen sind sie halt immer in diesem ort wo halt eben die ganze scheiße abgeht und das passiert was passiert und sie erfahren dann durch einen tipp von dem söldner der von van damme gespielt wird wie heißt er die figur simon gall also simon so simon sagt dieser film war nicht so toll aber gut ich meine der film schon aber das ende also simon gall ist halt ein söldner und der ist spezialisiert für solche fälle allerdings ist die figur die man damit hier spielt schwer traumatisiert denn der film steigt wie gesagt ziemlich stark ein mit einer rettungsmission in der van damme aus einem haus ein kleines kind das gekidnappt wurde retten soll was genau das ist was er jetzt auch wieder machen soll und die halbe bude dabei in die luft fliegt er rettet aber das kind ja am nächsten tag für den wird er da wieder hingerufen zu diesem tatort wenn man so will und sie mal da zwischen den wänden waren noch weitere kinder versteckt die jetzt mal eben grauenvoll verreckt sind weil er ja alles in die huft sprengen musste der idiot das traumatisiert ihn natürlich entsprechend deswegen will er sowas auch nie wieder machen und lehnt diesen auftrag erstmal konsequent ab von jetzt von diesem mma fighter also die familie tritt halt mit mutter und vater treten halt an ihn heran und bitten ihn dann zu helfen ja so dann habe ich das erste problem mit diesem film die mutter von dieser entgegen von dem gekidnappt mädel die id geht gar nicht was ging mir die auf den sack immer sind alle anderen schuld das ist eine von denen was du bist schuld du bist schuld du bist schuld also ehrlich aber gut irgendwie die figur müssen sie ja immer in die filme anbauen komisch ist es immer frauen sind was soll denn das ich habe schon lange keinen männlichen charakter mehr gesehen der mich in diese richtung so hart nervt ist komisch aber gut das kommt auf jeden fall dann so dass er dann sich doch entscheidet okay komm mit seinem gewissen und so blablabla er will ihnen eben doch helfen und das macht er dann alles weiter ist jetzt auch schon spoiler so also wie gesagt auch dieser vater ist mixed martial arts kämpfer er kann also auch ein bisschen was ja aber nicht so wie van damme halt und die action sehen die dann auch folgen und auch schon während des films zu sehen waren es gibt auch glaube ich eine kleine bar keilerei und also scheiß die sind wirklich ordentlich also das von da von dem punkt her kann man da jetzt nicht viel meckern ja so und dann kommt es halt eben irgendwann zum finale und da stürmen sie halt dann die mussten müssen ja erstmal herausfinden wo sich diese ganzen menschenhändler überhaupt befinden finden das dann raus das mädchen hat nämlich ihr handy dabei oder kann sich da ihr handy organisieren auf eigene faust so ein bisschen entkommen stückweit in diesen gefangenen lager da wenn man so will und findet dann halt eben ihr handy oder ein handy was ich nicht mehr und ruft dann zu hause an und sagt dann halt eben ihr könnt mein handy hier trecken und so das machen die dann so finden sie raus wo sich die ganzen gangster aufhalten wo die da ihr lager haben wenn man so will und fahren dann halt eben da hin so und dann kommen wir sind vor ort zum showdown und es werden etliche von den ganzen männern erstmal ausgeschaltet nach und nach und dann ist es nachher so dass sie während dieses ganz dieser ganzen rettungsaktion ein anderes mädchen befreien das ebenfalls in der gefangenschaft der menschenhändler ist und die würde auch viel geld bringen normalerweise das soll alles verkauft wenn so ein scheich der sich da irgendwie mädchen wie trophäen hält oder was der teufel ja so und dieser oberschurke der dahinter steckt ist auch ein richtig schön schleimiger schmieriger wichser ja wird gut aufgebaut du warst auch darauf man hoffentlich ist es bald soweit dass man damit in die finger kriegt wieder mal was ist der showdown wie gesagt die haben dieses mädchen da ja gefunden das aber nicht die tochter von den eltern da ist und dann kommt plötzlich irgendwie kommt es dazu dass die halt eben verhandeln mit dem oberschurken mehr oder weniger und der sagt dann halt ja wenn ihr mir das mädchen was ihr bei euch habt ausliefert dann gebe ich euch die tochter eure tochter wieder denn die die ihr da habt ist noch wertvoller für mich ja und auf den die müssen sie zwangsläufig dann eingehen ja und irgendwie hat man damme ist dann geschafft die kamera so zu der das ganze gelände ist mit mit überwachungskameras ausgestattet und ein teil des deals ist dass man damit stehen bleibt im kamerabereich während der austausch stattfindet er soll vor der kamera stehen bleiben der oberschurke behält über seinen monitor das ganze mehrere monitore da und er beobachtet das alles über die monitore ja auch den austausch über über die monitore und irgendwie hat man damit es geschafft diesen monitor so zu manipulieren diese kamera so zu manipulieren dass sie immer ein schleife eine dieselbe szene abspielt wie er da halt steht wann damit was er jetzt nicht wirklich bemerken wenn ich genau hinguckt nicht bemerkt ja der der schurke obwohl sie richtig dämlich ist man sieht nämlich immer wie man damit ein ferngas ansetzt und plötzlich sind die einmal wiederholt und dann siehst du wie das ferngas ansetzt plötzlich sind die einmal wiederholt der dich doch eine szene genommen wo er wirklich nur steif da steht wo du keine bewegung für ein paar sekunden hast das war jetzt auch ein bisschen behindert aber naja so und auf diese weise kann man damit an zwei orten gleichzeitig sein und einige scharfschützen eliminieren denn der wahre plan des schurken ist natürlich sobald die übergabe stattgefunden hat sollen die eltern erschossen und auch das mädchen wieder eingefangen werden und also wann damit riecht dass das eine falle ist aber er schaltet hat eben die scharfschützen die an dieser falle beteiligt sind und die jetzt da die eltern erschießen sollen vorher bevor sie das machen können schon aus so jetzt hat er allerdings ja auch schon das mädchen der austausch ist das hat ja stattgefunden und dieses wertvollere mädchen wird jetzt zu den schurken gebracht ja und die hat von von damme eine pistole bekommen und erschießt dann den schurken ende wieder mal hält schurke kein showdown keine auseinandersetzung zwischen den beiden worauf den ganzen film hinausläuft nein irgendeine randfigur mädchen das in den letzten minuten überhaupt erst auftaucht erschießt den oberschurken es gibt noch eine andere szene während des filmes sieht es kurz so aus als hätten die hier schurken weil sie entdeckt wurden ja dass sie das mädchen gekidnappt haben und jetzt gejagt dann werden würden bringen sie das mädchen um die tochter von den eltern scheinbar und in einer badewanne wird eine verätzte mit säure verätzte leiche gefunden und die hat auch wohl die gleiche dna irgendwie ja von also die gleichen dna weil die ja optisch nicht mehr erkennbar ist gleich ist die dna mit den eltern ab das scheint ja auch wirklich zu sein der arzt war bestochen ja die hat und also der die diesen dna abgleich gemacht hat und das mädchen das da in der badewanne verätzt wurde das ist die kleine schwester von diesem ganz wertvollen mädchen das dann am ende den typen erschießt also war es jetzt wichtiger dass dieses kleine mädchen da ihre rache bekommt als das jetzt da irgendwie wann damit den typen platt macht sei es drum inhaltlich action szenen mäßig ja von der optik her eigentlich auch und auch vom schauspielerischen her auch von den action szenen her kann man da nicht viel meckern aber ich fand den show dann ich finde sowas immer maximal unbefriedigend so jetzt hatten wir drei filme jetzt kommen wir zum vierten und es ist ja in meinen feedbacks immer so dass ich das staffel von schlechter bis besser und der film ihr werdet es nicht glauben um den es jetzt geht ist besser als die drei filme die wir gerade eben gesehen haben trotzdem gefühlt mir das ende nicht aber das hat auch einen anderen grund in dem fall aber da komme ich gleich noch zu halten euch fest ja über die köpfe und die füße über kopf zusammenschlagen der slain da hat sie doch nicht alle ja ich habe geschaut tal der skorpione und ich fand den gut ich war der film geht 130 minuten ich habe mich wirklich ganz bewusst hingesetzt und mich wirklich darauf eingestellt okay dass damit hiermit habe ich angefangen ja eigentlich hatte ich vor du guckst jetzt mal wirklich action filme bei denen du eigentlich schon weißt weil du es darüber gelesen hast oder ein trailer gesehen hast oder so wurde schon weiß das ist das ist nichts der ist nicht so toll ja oder hast du die hinter dir so so war ich meine intention und da dachte ich mir da habe ich nur absolut schlechtestes von gehört den guckst du jetzt zuerst und das ding geht 130 minuten habe ich gesagt heute abend guckst du nur den einen ja und dann ich so schön gestresst und genervt und angepisst ins bett die 130 minuten vergingen recht schnell und der film war durch die bank unterhaltsam ich weiß nicht was alle haben tut mir leid wirklich ich habe jetzt wirklich jochen taubert style erwartet ohne scheiß wo ist jetzt das problem ja es ist eine ambitionierte b action produktion komplett handmade man hat komplett auf cgi effekte verzichtet hier und da hat man wohl mündungsfeuer nachträglich eingearbeitet ich habe mir das ist ja das media book ich habe mir den text innen drin auch durchgelesen das ist alles alles andere alle explosion man hat sich da irgendwie so ein swat team gibt das da wo hier in deutschland die für action szenen in serien und filmen verantwortlich sind für rangeholt und die haben da richtig schön ausgetobt und mein vater hat das problem mit dem film hat ihn abgebrochen weil einfach die schauspieler alle nicht mag mein vater hat kann überhaupt nichts anfangen mit claude oliver rudolf und vor allem mit martin semmelrogge die beiden die krieger das kotzen wenn die nur durchs bild laufen auch kein einziges wort sagen ist egal so ist mein vater darauf das hatte mit einigen auch mit einigen hollywood schauspielern zum beispiel nick nolte kann er überhaupt nicht sehen wenn er ja nicht so kritisch es gibt zwar auch ein paar nasen die ich nicht sehen kann ja eher im comedy bereich wie zum beispiel melissa mccarthy oder adam sandler oder so was da wird mir schlecht ja weiß ich nicht ich weiß nicht was warum diese für diese figuren so viel erfolg haben ich weiß es einfach nicht das löst bei mir ungefähr das gleiche aus wie wenn ich trump sehe die alte scheiß banane so mein meine motivation diesen film zu schauen abgesehen davon dass ich jetzt einfach mal bock hat auf schlechte filme ja war er hier ralf richter später damit ja hier im mittelpunkt zu sehen so ziemlich ja und der film beginnt auch mit opening credits ralf richter in wirklich tal der skorpione was für ein quatsch genauso gut könntet ihr hergehen und könntet ich weiß gar nicht wie das ist ist das eigentlich so es gibt den film einsame entscheidung mit kurt russell und ganz kurz mal so ein bisschen am rande steven seagal und der film wird anfangen steven seagal starring in einsame entscheidung oder exekutive decision oder wie heißt der im original titel halt dann ne und dann kommen die ganzen anderen namen so so kann man das hier so vergleichen so worum geht es denn jetzt in tal der skorpione also wie es sich gehört für ein richtig dummes b-movie hat er natürlich auch eine richtig dumme story ich meine was erwartet man denn von einem b-action movie shakespeare oder ein oscar drama ich weiß ich verstehe immer nicht was die intention von leuten ist die sich einen film angucken mit ralf richter und wie heißt die alte steht nicht vorne drauf michaela schäfer heißt die glaube ich die machte ja auch mit und dann erwarten so jetzt kommt ein hochwertiges story mäßig ausgeklügeltes meisterwerk mit oscar reifem drehbuch und golden globe charakteren der eine message hat für die der frieden nobel preis das mindeste ja wo ist oder 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 was ist los mit euch wie heißt denn dieses großartige anspruchsvolle meisterwerk oh tal der skorpione da erwarte ich doch hohen anspruch da muss wohl schon bei der boom drauf stehen damit die leute das nicht glauben oder was ich weiß es nicht aber gut genug gerantet es geht darum da sind knapp 50 keiner weiß genau wie viel genau aber so um die 50 leute die wachen random im wald auf in so waben artigen glas dingern oder so jedenfalls der eine die anderen sind dann einfach da aber die sind wahrscheinlich auch da irgendwie aufgewacht man weiß es nicht genau und haben teilweise nicht mehr so richtig ihre erinnerung und wissen nicht warum nicht hier was 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 hier alles so einer von denen ist ein korps das ist dann auch so die identifikationsfigur und der held des filmes zusammen mit einem söldner der ist glaube ich auch der regisseur des filmes sieht man den hier auf dem cover ja das ist der 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 ganz außen nicht nicht der mit dem bart da sondern der ja jetzt sie natürlich unscharf mehr aber der und dann halt hier er hier das ist halt unser ja der kopf halt so und dann haben wir noch diesen älteren mit dem bart den könnt ihr euch ja auch mal merken den kenne ich eigentlich nur durch musikvideo könnt ihr mich hören ja ich meine es nicht auch ich es gibt ein lied das heißt so von santiano da gibt es ein musikvideo wo sie am anfang in der in seiner siemannskneipe sitzen und da fängt ein alter seebär an zu erzählen mit bart und das ist der der spielt hier halt mit so gut und also diese ganzen leute sind da jetzt im wald und werden von jüngeren leuten gejagt diese jüngeren leute sind irgendwelche reichen kids ja die eltern von denen haben denen das gekauft da auf menschenjagd zu gehen ich vermute mal damit bubele oder töchterlein erwachsen wird und in dem ist ein ein wie sagt man oder wie sagen die ein untermenschen tötet ja sind ja alles irgendwelche kleinkriminellen oder psychopathen und so ja die kann man dann immer eben abschlachten so und aus irgendeinem grund ich weiß ja nicht wie es überhaupt dazu kam aber auch ist halt unser kopf mit dabei so und jetzt bilden sich zwei gruppen oder zwei lager die eine gruppe wird angeführt von dem herrn mit dem bart hier der ist ein bisschen der vernünftigere sag ich mal ja und die andere gruppe wird angeführt wie sich im laufenden film ist allerdings erst herausstellt und ab der filmhälfte noch ungefähr taucht er auf von claude oliver rudolf und ich mag den auch nicht menschlich gesehen ich habe schon interviews mit ihm gesehen und so es gab da ja irgendwie auch mal eine boxer nummer da hat er gegen einen anderen schauspieler geboxt ich weiß es gar nicht mehr da hat er sich richtig widerlich verhalten im vorfeld also ich mag den charakterlich überhaupt nicht den typen ja aber für die rolle des schurken passt der wie die faust aufs auge was habe ich diesen schmierigen ekelhaften rassistischen also hier political correctness sucht ihr hier vergebens in dem film was ich auch mal wieder interessant und erfrischend fand ich weiß nicht ob das in amerika in amerika land in amerika funktionieren würde ich wollte eigentlich sagen in amerikanischen landen ja gut ob der so da funktionieren würde das würde mich mal interessieren ob es da so was noch gäbe ob das noch machbar ist aber gut so charakter wie der jedenfalls ja der erste richtig rassistisch drauf und richtiger ekelhafter sadistischer schleimiger schmieriger oh du hast den typ ist großartig weiß ich was alle haben ich war super drin in dem film ja gut ich muss dazu sagen die shootouts und kampf szenen in anführungszeichen sind eben durchschnitt ja nicht sehr spektakulär da hätte man choreografie mäßig viel mehr rausholen können es ist aber auch das erstlingswerk des regisseurs und irgendwie so ein ambitioniertes ding eben was in dem sein herzens angelegenheit er hat auch nie geplant dass das ding so groß werden würde man kann sich ja dass das booklet mal bei gelegenheit durchlesen vielleicht wenn man den film irgendwo vielleicht mal zu sehen bekommt oder so oder das booklet mal in die hand bekommt ich will es jetzt nicht jetzt hier vorlesen weil das sprengt sie die zeitrahmen aber gut vielleicht vermittelt man sich mal ein bisschen darüber ja so und ich deswegen ich habe da nichts gegen so und wie geht es dann zu ende mit dem ganzen da kommen wir noch zu das steckt noch ein bisschen mehr dahinter übrigens kann ich ja noch ohne den spoiler erzählen was ist ja nicht nur das ist ja denn die betreiber hat dieses ganzen menschenjagd spiels die dahinter stecken die es organisieren die die ganzen leute eingefangen haben dahin gebracht haben und so ja und die bezahlt werden die das geld kriegen von den reichen leuten die ihre kinder da zum menschenjagen schicken ja die haben noch eine weitere intention die wollen nämlich auf diese weise ermitteln wer der härteste hund ist unter diesen psychopaten die sie aussetzen oder möglicherweise ja auch unter den kiddies weiß man ja nicht wer als letztes überlebt oder so und aus dem seite dna wollen sie den ultimativen soldaten klonen oder irgend so ein scheiß ja das sind auch so ein wissenschaftler pärchen der eine der ist wie so ein kasperle der hat rote beckchen das hat durchgeknallt am oberenck nur hoch 10 ich fand das großartig mit hochgelacht ich finde sowas viel unterhaltsamer als sie sind diese stereotypen holzstücke die würden in solchen filmen vorgesetzt bekommst ja dann lieber irgendwelche total durchgeknallte scheiße und das fand ich hier wirklich nicht fand ich tut mir leid heute kommen wir kommen wir zum spoiler wendet den ganzen scheiß dann ja ja eben nicht das ist das problem es kommt nachher dazu dass es tatsächlich zu einem kleinen finale kommt also erstmal gibt es während des filmes eine random szene einen random kampf der ist so geil dass er da eigentlich ein showdown sein müssen ich weiß nicht warum sie sich das nicht so gemacht haben es gibt einen zweikampf zwischen diesem cop also diesen polizisten und irgend so einem random soldaten der für diese organisatoren arbeitet den schicken da ein paar soldaten rein die sollen da so ein paar leute ausschalten die sie nicht dabei haben wollen vor allem diesen cop eben ne und da kommst du am zweikampf zwischen den beiden ne und der ist richtig blutig und da schlüpst du die kelle am ende auf mit messer nach einem langen zweikampf richtig so okay wenn das schon passiert was kommt denn da am showdown noch ne ja gar nichts der polizist erschießt einfach Claude oliver rudolph Claude oliver rudolph schnappt sich da irgendwie so ein random typen der zu der gruppe von den good guys so ein bisschen sag ich mal gehört und will sich dann von ihm einen blasen lassen und währenddessen kommen die anderen dazu und dann erschießt unser held Claude oliver rudolph und dann warst du so komplett unspektakulär weißt du das fand ich so ein bisschen da wäre jetzt auch mehr drin gewesen irgendwie ja oder dass er zumindest langsam dann dass er nur angeschossen wird erst mal am boden liegt und dann sieht so jetzt kommt die nächste kugel gleich arschloch dann noch vielleicht ein cooler one liner und dann oder irgendwie so nein bang und not und irgendwie so das fand ich so ein bisschen so kommen schon leute ihr baut da so einen geilen schurken auf da will ich auch einen geilen schlusskampf sehen ja sehr schön auch eine vorangehende szene dieser sequenz also den showdown vorangehende sequenz in der Claude oliver rudolph und ralf richter aufeinander treffen ralf richter ist übrigens nur random hier mit einer der mitspieler er schließt sich nachher im letzten drittel oder so der zweiten hälfte den guten schließt er sich nachher an ja vorher ist einfach nur alleine in diesem wald unterwegs mit so ein paar das soll irgendwie so ein kiddie der eigentlich ein menschen jagen soll er schließt sich mit ihm so ein zusammen und so aber naja beiläufig eigentlich alles aber er haut gute sprüche raus ich mag ralf richter ja wie gesagt ich kenne ihn durch was nicht passt mit passen gemacht das habe ich auf dvd da sowohl den film als auch die serie die es da gab ich das finde ich lustig das fand ich wirklich witzig ja also ich habe nichts gegen ralf richter ich habe da mit dem typ kein problem vielmehr habe ich mir aber noch nicht gesehen muss ich dazu sagen so und hier spielt er eben richtigen psychopathen er hat auch ein bisschen hintergrund es wird auch ein bisschen hintergrundszenen gezeigt wo er darum ballert und so seine psychopathischen neigungen auslebt wenn man so will das ist alles ganz geil eigentlich so und der trifft nachher auf clon oliver rudolf und dann sagt clon oliver rudolf zu die zu ihm da ist eigentlich schade dass wir auf verschiedenen seiten stehen du würdest eigentlich gut zu mir passen wir waren ja auch schon mal im selben boot und ralf richter sagt das boot ist aber abgesoffen ja also richtige film fans wissen natürlich worauf daran angespielt wird nämlich auf den film das boot wo hier die halbe besatzung auch mitmacht clon oliver rudolf inklusive martin semmelrocke so apropos martin semmelrocke den charakter verheizte sie komplett der wird ganz kurz am anfang gezeigt da soll nämlich unser held der polizist jenseits des games in der sie dieses battle royale spiel in dem er dann landet davor noch soll er martin semmelrocke der hier irgendwie so ein terroristen oder was spielt fassen festnehmen wenn man so will und da stoßen in diesen in diesen einsatz wenn man so will platzen dann plötzlich die organisatoren von diesem battle royale artigen spiel rein und nehmen die alle gefangen und ganz am schluss erst kommt martin semmelrocke dann noch mal dazu und ist dann aber gar nicht so bösartig wie man meint und sagt dann zu unserem helden wenn du es schaffst die restlichen überlebenden zu organisieren und zusammenzuführen dann bringen sie zu mir ja und dann gehen wir geschlossen als team gegen die gegen die betreiber dieses spiels gegen gegen die hintermänner von diesem ganzen perversen scheiß hier vor und machen die alle gemeinsam platt und genau das passiert dann auch nachdem gold oliver rudolf getötet wurde ist dem seine bande ja wenn man so will orientierungslos und gebrochen die übrigen die noch dazu irgendwie zu ihm gehört haben wahrscheinlich und dann schließen sich alle restlichen zusammen und sagen sich okay geschlossen gehen wir jetzt los diese schlacht haben wir bereits geschlagen der krieg liegt noch vor uns wir machen diesen ganzen betreiber jetzt platt so apropos betreiber es gibt da auch einen total wir den toxic avenger artigen oberhaupt oberschurten der immer an so einem tisch sitzt zusammen mit wie heißt der schrauspieler noch mal steht das hier drauf matthieu carrière das der geldgeber hinter dem ganzen und matthieu carrière wird noch von diesem mutierten toxic avenger typ warum auch immer der so aussieht vergiftet oder so und dann übernimmt er alles da dieser dieser mit seinem verkrüppelten kopf da und mit seiner mutanten stimme und das müsste eigentlich der oberschurke sein das müsste eigentlich das hauptziel sein wenn der exekutiert wird ist vorbei ja also es ist wirklich wie der erste teil von dem was ich nicht sechs sieben teile oder so wenn das jetzt hier negrostorm film wäre dann würde ich mich freuen weil da kommt dann ja noch was aber so ich glaube nicht dass sie das noch mal fortsetzen leider ganz ehrlich ich würde mir das kaufen ich würde mir eine weitere fortsetzung von angucken tut mir leid ich würde im zweiten teil wäre dann eine semmelrocke wohl ganze zeit präsent vielleicht endlich mal ich habe auch mit dem schauspieler kann problem davon abgesehen abgesehen vielleicht von seiner schmierigen art zu reden das ist schon ziemlich ätzend aber naja das ist auch eine geschmackssache so also teil der skorpione tut mir leid ich fand den unterhaltsamen ja was ich allerdings noch ein bisschen scheiße finde ist wenn man sich das booklet hier vor durch liest in diesem media book ja dann kriegt man raus dass es wohl von diesem film eine 100 minuten fassung gibt und die ist unglaublich brutal und gewalttätig und die kam nicht durch fsk deswegen haben sie halt eben noch viele szenen dazu gedreht dann kamen wo auch erst einige stars dazu ja und man hat halt die gewalt so ein bisschen rausgenommen wohl vielleicht sind manche action szenen deswegen auch nicht so wirklich schlüssig und flüssig weil er einfach einige wirklich gewalttätige momente fehlen ja ich würde den film gerne in seiner urfassung mal sehen in seiner vollen härte ja dann kann er von mir doch gerne noch mal 20 minuten länger gehen gebe ich mir dann auch was mir kein problem mit das komplett werk oder so ich würde mir das geben ich fand ihn nicht scheiße im film typen hat verurteilt mich dafür schaut weiter die vv ist mir egal da passiert dann eben einfach gar nichts was soll's ich bin lieber jemand der unterhalten und unterhalten wird von einem film und tal der skorpione hat mich unterhalten kann ich nie anders sagen ach so mikaela schäfer ja die ist ja so dermaßen am rande ist mir gar nicht aufgefallen die alte schlauchboot lippe weil die alles über die macht damit die gucke ich mir nicht an den film ja die macht doch da kaum mit und kaum ist sie da ist ja auch schon wieder weg vom fenster also weiß ich nicht na gut kommen wir zum nächsten film gut den film den ich jetzt bespreche den kannte ich schon lange habe ich schon auf vrs gehabt ich hatte ihn auch schon auf dvd und jetzt habe ich ihn halt auf blu-ray noch mal geschaut rewatcht markt kaskos in sabotage ich finde übrigens dieses cover hier ist das letzte ja zum glück hat das ding wende cover würde aus dem schub heraus holt und dann ist das so nah angelehnt an das alte vrs cover das gefällt mir schon viel 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 besser ja oder wie ist eure meinung dazu das hier wo du drei mal gucken was überhaupt dann damit fahren oder was ach so da ist jemand hier in dem fadenkreuz und kriegsbemalung wird wird ist da denn nein dann lieber das da so also worum geht es in sabotage markt kaskos spielt einen soldaten der am anfang ein paar geiseln aus den händen von terroristen retten soll und in diesem einsatz als er es gerade fast geschafft hat die geiseln zu retten platz plötzlich ein weiterer soldat reingespielt von tony todd und metzelt alles nieder inklusive aller geiseln und markt kaskos aber markt kaskos überlebt das drei jahre später ist er bodyguard hat sich dem von mir zum militär weg abgewendet und ist jetzt bei die grad so ja und er soll er hat eben da so ein paar leute beschützen mann und frau ich weiß nicht ob politiker wissenschaftlerweise nicht mehr ist auch nicht von belang und die landen gerade mit dem flugzeug und auf sicherer entfernung sitzt tony todd und der ist jetzt attentäter und ballert direkt den typen also die die schutzpersonen wenn man so will von markt kaskos gefunden sommer helden ab mit so einem mit so einem die szene ist auch ziemlich geil finde ich ist gut gut inszeniert und das sind so die ersten minuten des filmes denkst erstmal wo da geht ja gut los wenn das so bleibt 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 leider nicht so jetzt fängt markt kaskos natürlich an zu ermitteln wer steckt dahinter was ist hier passiert ja denn er hat ja immer noch die frau zu beschützen und wenn der mann schon getötet wurde dann will der killer sicherlich auch die frau noch töten was dann auch noch passiert so zusammen mit so einer agentin seite an seite die in dem fall ermittelt wirklich für die regierung er ist ja nur bodyguard er hilft ihr dann aber Seite an Seite ermitteln die dann es gibt dann auch ein paar martial arts kämpfe so hier und da weil tony todd also dieser auftragskiller der hat ja auch einen auftraggeber und der hat noch ein paar andere männer und auch tony todd hat so ein team von leuten und so also es gibt schon ein bisschen martial arts allerdings muss ich sagen für einen markter kaskos film da geht mehr wenn ich mir da wenn ich zurückdenke an filme wie drive ja na gut so kommen kurz zum schluss also im showdown wenn man denn so will ja sprengt tony todd das gebäude in dem sich alle befinden in die luft in dem glauben dass sie jetzt aber draufgehen ist aber nicht so die auftraggeber von tony todd die hinter dem ganzen stecken ja die werden erschossen von dieser agentin oder der eine jedenfalls der wichtigere sag ich mal und markter kaskos baut dann schnell dieses scharfschützengewehr auf mit dem am anfang tony todd sein den typen erschossen hat auf weiter entfernung denn tony todd fährt mit einem anderen auto weg und lässt seinen wagen zurück wo hinten daneben dieses gewehr noch ist oder irgendwie so auf jeden fall benutzt markter kaskos dieses gewehr um auf weiter entfernung den schon wegfahrenden sich in sicherheit glaubenden tony todd von hinten zu erschießen ende das bisschen wenig ne das hat auch nichts mit dem showdown zu tun ich weiß nicht was das ist ich kann es nur ich kann es noch mal wieder wiederholen aber machen wir doch direkt weiter in der richtung machen wir doch einfach direkt weiter in der richtung ja kommen wir doch einfach zu mir also also jetzt mal generell es ist ein guter markter kaskos b movie keine frage darstellerisch und inszenatorisch kann man jetzt nicht viel meckern wenn es zu action kommt ist die gut gut gefilmt gut inszeniert keine frage ja starker einstieg auch tony todd spielt auch richtig geilen schurken er ist hier noch so ein bisschen in seiner blüte sondern nicht ganz so alt ja also der film ist ein bisschen länger her das ding also so kann man jetzt nicht mehr auch markter kaskos spielt solide alles gut ja das ende ist wieder total schwachbewusstig gewesen finde ich aber gut jetzt kommen wir zu einem film ich überhaupt noch nicht kannte jetzt kommen wir gleich zu zwei filmen drei filmen die ich noch gar nicht kannte in folge tc 2000 tc 2000 mit billy blanks und billy bolo jung erst mal ich habe das cover umgedreht weil dieses andere cover hier finde ich irgendwie überladen mit den ganzen nasen da und so und denn so in rot und so da fand ich das andere cover einfach besser keine ahnung vielleicht seht ihr das anders aber ich finde das andere cover einfach geiler so das ist ein futuristischer actionfilm der weitaus weniger futuristische ist als ich geglaubt und gehofft habe aber gut da komme ich noch zu worum geht es in der zukunft ist die welt nicht mehr bewohnbar durch naturkatastrophen und kriege bla bla bb film dystopie folge zahl hier einfügen ja ich hätte das so deswegen leben alle reichen menschen unter der erde in einem riesigen komplex unter der erde in sicherheit ja und da gibt es dann die sogenannten tracker das ist sowas wie ja george ist oder so die hat eben aufpassen dass kein gesocks von der oberwelt sich da unten hin verehrt denn nur die reichen haben erst privilegien in sicherheit zu leben wir haben das gesocks von draußen nichts zu suchen so das gesocks von draußen ja die leben halt in gangs endzeit artige stimmung und so das so blablabla so billy blanks spielt einen cop und hat einen weiblichen partner darf man nicht sagen einen weiblichen partner du weißt es nicht eine weibliche partnerin ist ja mit doppelte verneinung oder nicht aber das was er nicht auf jeden fall hat eine partnerin so und die kommt bei einem einsatz ums leben so und dann gibt es dieses robo cop artige programm dass sich da jetzt nicht robo cop sondern tc 2000 und dann wird sie halt eben zu einem super cop oder zu einer kampfmaschine umgebaut nicht denn sie sieht aber auch wie vorher hat aber plötzlich sexy sadomaso klamotten an das alles ja angeblich sind auch irgendwelche maschinelle teile verbaut siehst du nicht nie zu keinem zeitpunkt es kommt keine einzige szene terminator style wo das halbe gesicht fehlt da und das sind mechanische teile oder irgendwie oder eine hand oder nix nix das problem ist sie ist nicht unsere strahlende heldin ja sondern sie ist jetzt wirklich unser schurke und wird jetzt nach oben geschickt an die oberwelt um zwei dinge zu tun einmal natürlich alles an abschaum abmetzeln was ihr vor die flinte läuft und andererseits soll sich mit einer gang zusammentun ja die auf korrupte die nennen sich die picassos und die arbeiten irgendwie auf korrupte weise zusammen mit der regierung unter der erde und sollen jetzt dieser tlc 2000 tussi helfen ein chemielager das von einer anderen gang im beschlag genommen worden ist an der oberfläche zu erobern oder zurück zu erobern denn darin befinden sich chemikalien wenn man die in die luft pustet würde die ganze menschheit ausgelöscht werden das sind aber verschiedene chemikalien die in verschiedenen phasen erst in die luft geblasen werden müssen und wenn sie sich dann aber vereinen alle komponenten dieser mech an mehrere raketen die da hochgeschossen werden müssen wenn dann alle hochgeschossen wurden dann explodiert sind dann vereint sich das zu einer chemikalie die die ganze welt um auslöscht die ganze oberfläche weil das ganze abschrauben der ganzen gesocks da oben wo wir ja alles nicht mehr haben das ist so das ziel hinter dem ganzen scheiß ja und unser held billy blanks geht das natürlich raus und macht auf eigene faust natürlich da kämpft dagegen an an der oberfläche lernt er dann den kämpfer ich weiß nicht wie der heißt auf jeden fall lernt der bolo jungen kennen der dann so ziemlich ab der hälfte des filmes oder so dann auch aktiv wirklich mitmacht und der spiel hat einfach so kämpfer der rebellisch für sich da einsteht und sich dadurch kämpft wenn man so will und der hat halt besondere kampftechnischen mit chi und so er kann halt mit der faust gegen einen stein schlagen und hinter dem stein steht eine melone und die melone platzt der stein bleibt unversehrt also er schießt er schlägt dann mit seinem chi oder irgendwie so so zauberkram halt ne so und mit dem verbindet er sich dann nehmen sie den kampf auf gegen die tc 2000 tussi und die picassos mit ihrem anführer und wie endet das achso moment der oberpolitiker arsch oberschurke wenn man so will ja der hat noch einen besten mann und der wird die spiel von matthias yous wenn ich eigentlich auch ganz gerne mal sehe aus dem bb movie klopper typ gibt es eigentlich mit dem irgendwie eine richtige brauchbare hauptrolle mal wo er mal den helden spielt aber in dem richtig guten film habe ich glaube ich noch nicht gesehen aber gut mit matthias yous mache ich jetzt so auf jeden fall kommt es dann zu einem showdown und großen kampf und dieses chemie dings wird dann auch übernommen und dann da darin findet das finale anstatt bolo jung tötet dann in einem längeren kampf matthias yous mit seinen chi kräften ja billy blanks kloppt sich eigentlich nur durch horden von irgendwelchen picassos wenn man so will ja der oberpolitiker wird was passiert noch mal mit dem weiß ich gar nicht mehr der wird glaube ich irgendwie erschossen von einem ich weiß gar nicht von wem weiß ich wirklich nicht mehr die tc 2000 tussi erinnert sich wieder wer sie war und ist dann plötzlich wieder menschlich und der anführer der picassos der wird in diesem raketen abschuss silo oben auf seiner plattform wo er mit dem fahrstuhl hochgefahren ist das ding geht aber kaputt dann wird er zurückgelassen und schreibt dann runter dafür werdet ihr noch bezahlen und dann weißt du nicht was aus dem wird auch wieder ziemlich unbefriedigend das ganze muss ich wirklich sagen abgesehen davon dass es einen wirklich guten kampf ja gut ja für b-klopper verhältnisse okay ja zwischen bolo jung der mal hier den helden spielen darf oder einen der helden das fand ich auch mal wieder ganz angenehm mal na und er liefert sich halt den eigentlichen schlusskampf wenn man so will gegen den schurken matthias youth und das ist eigentlich ganz gutes ganz gutes klopper futter sage ich jetzt mal ja aber wie ich rede jetzt hier auch nicht von meisterlich choreografierter martial arts sondern von einem ordentlichen kampf also ist ein unterhaltsamer film hohes tempo viel geballer viel gekloppe keine frage billy blanks macht auch einige eine gute figur hier so weit finde ich ich fange an ihn immer gerne immer lieber zu sehen das ist das zweite film mit dem ich ihn jetzt mit ihm mit ihm in der hauptrolle gesehen habe glaube ich ja obwohl jung mal als guten fand ich auch sehr schön ja aber ich mag den film so ist es nicht aber im showdown wäre meiner ansicht nach bisschen mehr drin gewesen so jetzt kommen wir zum nächsten film und der hat mich eigentlich echt überrascht macht da wirklich nichts von erwartet haben da liegt auch schon ewig in meinen kisten rum ja ich habe einfach gedacht guckt guckt ihn einfach ist auch ein b-action film guckt ihn einfach soldiers of fortune ja man sieht schon ganz schön bekannte schauspieler christian slater sean bean wing rames dann hier dominic monaghan oder wie heißt er hier ist ja einer von den hobbits und hier der die hier aus schweinchen namens b ist das glaube ich wie heißt er denn noch mal komini spielt aber das ist ja nicht der hier auf cover komini spielt den schurken den kennt man vielleicht aus star trek oder auch aus conair ich bin ja auch so schleimigen so worum geht es ja die historie ist wieder die ist ähnlich hin verbrannt wie ein teil das kompione kürschen slater spielt ein soldaten der geldprobleme auch wieder hat deswegen muss er einen job annehmen und dem er eine gruppe von weekend warriors anführen soll es gibt da diese soldiers of fortune programm das wird angeboten von so ein paar söldnern und da ist es dann so diese söldner dieses söldnerteam macht wirklich einen echten brisanten auftrag löscht irgendwie ein guerilla camp aus oder jagt irgendeinen terroristen auf dem seiner in dem seiner festung oder weißer geier machen eine rettungsaktion irgendwas ja und dann nehmen sie halt touristen mit wenn man so will die die dann von denen beschützt werden aber sie sind hat mitten im getümmel mitten im feuergefecht mitten in der action haben halt diesen nervenkitzel die reichen die haben ja alles und suchen deswegen ja nach den speziellen dingen und in diesem fall halt nach dieser speziellen form des werfen kitzels okay so und das sind dann eben unsere fünf protagonisten ring rings spielt einen waffenhändler der sich für die hellste sau unter der sonne hält aber noch nie jemanden getötet hat oder ähnliches dominic monaghan oder wie er da heißt der spielt irgendwie so einen computer nerd der action gewalt spiele killerspiele programmiert ja und dann selbst mal wissen sie möchte wie sich das alles so anfühlt und wie es alles so läuft im realen leben was er so programmiert dann haben wir dennoch diesen alten sack der hat einen ganz besonderen grund den ich euch nachher im spoiler erzähle und dann haben wir noch sean bean der ja hier hat auch einen besonderen grund den ich auch nachher im spoiler noch erzählen werde ja das waren glaube ich alle fünf die ich jetzt genannt habe und dann hat den christian slatter der die jetzt alle anführen und auch ein bisschen ausbilden soll bevor es losgeht sollen ja auch selbst noch ein bisschen training bekommen und das ist alles sehr unterhaltsam gespielt und auch wirklich ordentlich inszeniert und die location auf der ist also da ist nachher ein einsatz da ist halt eine insel da liegt halt so ein terroristen oberhaupt und der hat sich selbst eine söldnertruppe um sich gescharrt und diese söldnertruppe wird eben angeführt von ko mini der halt dieses söldnerteam leitet ja das ist eigentlich alles und die sollen halt ausgehoben werden weil die da halt eben da die bevölkerung auf der insel terrorisieren und bla 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 das sind auch so eine widerstandskämpferinnen die ist auch noch ein teil des teams die führt die dabei hin wo was ist und bla 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 ja so dann kommen sie da an ja und was sie nicht gewusst haben ist dass sie besser ausgerüstet und besser vorbereitet sind als alle dachten und rums die bums ist hier christian slaters söldnerteam weggepustet also gibt es jetzt nur noch ihn und die fünf kacknoobs und dieses mädel da diese rebellen diese rebellen trussi da die ist auch noch dabei und die müssen sich jetzt behaupten da und irgendwie von selben wieder runter kommen oder den kampf aufnehmen nachdem also um ihr leben kämpfen das ist dann so das was jetzt passiert so und wie endet das ganze dann nun da kommen wir dann zum spoiler erst mal stellt sich heraus dieser älteste von den einen da die selten der hatte also seinen grund da zu sein ist zu sterben denn er hat eine frau und die trennt sich seine frau trennt sich von oder hat sich von ihm getrennt oder will sich von ihm trennen und wenn sie das schafft wenn sie die scheidung durch kriegt er hatten elf vertrag unterschrieben dass die hälfte seines ganzen vermögens dann an sie fällt er möchte aber gerne dass seine kinder finanziell abgesichert sind die würden von dem geld dann aber nicht sehen die alle würde sich alles krallen und abhauen das weiß er kennt die alte aber es gibt eine klausel in diesem ehevertrag sollte er gewaltsamen todes sterben dann kriegen die kinder das geld also das will er und in diesem schlusskampf auf dieser insel in dieser basis von diesen terroristen opfert er sich dann nachher und sprengt sich in die luft und ein paar von den ganzen bastard soldaten dann mit und ich finde das gute szene finde ich und kriegt auf diese fall auf diese weise was er will sean bean wiederum der hat den grund dort es gibt auf dieser insel ein ganz seltenes metall das wird da abgebaut und das macht eben dieser terroristen anführer und da will er ran er will den terroristen anführer da irgendwie er will dass er ausgeschaltet wird damit er selbst die schürfrechte da irgendwie erwerben kann das kommt da noch so ein bisschen raus und überraschung überraschung das ist einer der wenigen filmen den sean bean nicht stirbt naja auf fall kämpfen sie dann gegen diese ganze terroristin das ist eigentlich ganz okay und die werden auch alle platt gemacht von den ganzen helden hier der terroristen anführer wieder nachher mit seinem schlauchboot entkommen und wing rames ballert ihn ab weil also wing rames ist hat auch einen grund da zu sein denn er hat diesem terroristen anführer alle die waffen die er überhaupt hat verkauft wing rames spielt ja einen waffenhändler aber dieser terrorist hat nie bezahlt deswegen will er eigentlich mit ihm abrechnen deswegen ist es auch okay dass wing rames ihn dann mit einem raketenwerfer wegpustet ja und noch mit dem one liner hinten dran also ich fand das unterhaltsam ist tut mir leid ja und dann kommt der eigentliche showdown nämlich zwischen christian slater der übrigens hier auch wirklich gut spielt ich habe ja einige filmen wie in letzter zeit gesehen das sind eher so b scheiß filme langweilige was macht er da aber hier fand ich ihn wirklich gut ja und der liefert sich nachher wirklich im zweikampf gegen komini mit messer und allem drum und dran so ein combat sollten nahkampf ding und sticht kominiert ab und wirft ihn vom gebäude und das gut war auch war eine ordnung für mich also dass das der der ganze schlusskampf die ganze das ganze finale hat mir wirklich gut gefallen der ganze filme gut gefallen wir waren die langweilig fand ich völlig überzogene übertriebene charaktere völlig bekloppte teilweise zum lachen animierende dialoge und hirnverbrannte handlung hochzählen genau so muss es ein b actioner sein das hier ist so eine art film da kannst du dir ein paar bier zu rein zwischen hast einen richtig guten abend richtig gute zeit finde ich ja ich mag wirklich gerne ich mag auch diese beiden shadow warriors oder wie heißen die film hier mit halbogen und wie heißt er jetzt noch mal action jackson hier apollo creed hier kommen wir auf den namen von den schauspieler predator ja ihr wisst wenn ich meine nette der tag und halbogen sind dann auch wie zwei sollten das also die dabei ist aber nur schmücken des beiwerk mir wenn ihr und die kämpfe dann auch da gibt es zwei filme von den ersten finde ich geiler der zweite der ist aber der erste das echt gut so was mag ich ganz gerne wenn es so überzogen und so cheesy charaktere sind und mit dieser halte dumm dialoge raushauen weil es sind ja auch stumpf wissen ja die barbaren der neuzeit wenn man so ein bisschen will ich hatte ja probleme ich tut mir leise kommen wir zum nächsten klopper da hat mir auch einer von euch geschrieben du hast den dann guckt ihn unbedingt jetzt habe ich das dann mal getan the package mit dolf lundgren und steve austin steve austin sehe ich eigentlich ganz gerne in b kloppern er ist eigentlich wirklich gut geeignet für solche rollen ja und ja doch schon ging es sowieso immer den siehst generell ich habe mir ja doch schon drin unter anderem so hier haben wir allerdings dolf lundgren in einer schurken rolle zur abwechslung mal wieder es geht darum steve austin hat einen bruder und er sitzt im knast und ist schwer verschuldet und er arbeitet als geldeintreiber also steve austin im namen oder für den bei dem sein bruder schulden hat um die schulden seines bruders abzuarbeiten kann er ja selber nicht er sitzt ja im knast so jetzt bietet dieser schuldner steve austin an hör mal ich habe einen auftrag für dich du überbringst dieses package das ist nur so eine brieftasche mehr oder weniger dieses paket dem schweden im original heißt übrigens the german ich wusste gar nicht dass german schweden heißt was ist da denn wieder das problem darf der böse jetzt nicht deutsch sein oder was aber wir wollen nicht dass das nazi ist oder was ich verstehe das nicht aber gut das ist eigentlich alles und jetzt plötzlich kaum macht sich steve austin auf den weg weil weil der typ bietet an wenn du das machst wenn du das durch ziehst und das den auftrag durch durchgezogen hast ist ein bruder schuldenfrei auf einschlag also geht er darauf ein und er soll aber nicht in das package reingucken sondern bedingung ich bezahle ich dafür das nicht zu wissen was da drin ist sondern kaum zieht er los wird er von allen seiten gejagt sie forsten das ist so der grundplot ja sehr geil finde ich eine szehn der kämpfe gegen so einen typen und klopft sich mit dem lange vor so ein baugerüst und im hintergrund sie ist aber die funken runter sprühen weil oben auf dem baugerüst stehen zwar und arbeiten ganz lässig weiter dort sind gerade zwei zwei meter 50 typen die hauen sich gerade zu tode sechs mal weiter da also wenn mir das passieren würde ja aber die im baugerüst irgendwie mal an würde oder was von außen fassade machen würde und plötzlich würde ich hören wie sich der zwei auf leben und tot die schädel einschlagen durch das hinstellen runter gucken das zu beobachten nicht nur aus belustigung sondern eigentlich ja auch weil du bist dann ja augenzeuge weiß ja nicht was da passiert jetzt wollen wir flexen weiter damit dann schön im hintergrund stimmig die funken sprühen das sind also diese dummen bmw momente wie wieder so blöde sind das ist ja doch wieder feier aber wenn wir zum spoiler wie das ganze ausgeht worum es denn geht denn da steckt ein bisschen mehr dahinter als nur kleines paket in brieftaschenform so wie sich nachher herausstellt ist der schwede krank wird eine schlimme krankheit er braucht blut allerdings brauchen eine ganz seltene blutgruppe und diese blutgruppe hat eben da landesweit wohl nur steve austin also müssen sie ihn haben er ist das eigentliche paket in diesem brieftaschen ding da sind nur ein paar football karten drin das kommt nachher raus steve austin wird auch steve austin spielt übrigens hier keinen überhelden er geht durchaus in pfeilen kriegt durchaus auf die schnauze und wird mal gefangen genommen und alles da ist kein überheld fand ich auch mal angenehm so und dann ist es so dass er halt eben gefasst wird und dann wird ihm das alles offeriert was da so los ist er kann sich natürlich dann aber befreien macht alle platt und da kommt es noch zu einem ordentlichen schlusskampf zwischen ihm und dorf lundgren selbst an dessen ende steve austin dem dem schweden aber sagt ich will dich nicht töten lass mich einfach in ruhe geht an der wege such dir ein anderes opfer oder wat ne und gut aber dorf lundgren ist unbelehrbar zieht seine knarre will auf ihn schießen und dann macht sie aus den endgültig platten erschießt ihn an seinerseits was war jetzt seine entscheidung ne aber das war eigentlich ein ganz ordentliches finale so was ich dazu sagen muss ist dieser film ist von einmal lieblings b-movie regisseure jesse v johnson der viele viele steve steve aus den filmen scott atkins filmen inszeniert hat aber da komme ich dann später noch zu zu den beiden aber erst mal zum nächsten film ist also ich fand das ein solider action klopper ja einer der besseren steve austin filme finde ich sogar habe ich jetzt auch nicht umgerissen ja das ist der geilste film die ich hier gesehen habe nein aber es ist ein sehr geiler klopper wenn man sowas mag denn das ist schon eine gute unterhaltung so und jetzt kommen wir zu den drei wirklichen highlights und hier kann ich jetzt auch nicht mehr sagen besser und schlechter die sind für mich auf einem level je nachdem welche art von action man vielleicht sehen will was man so präferiert im action bereich sag ich jetzt mal als erstes habe ich geschaut also von den von den dreien die jetzt noch kommen recall mit gary daniels holy fucking shit ich habe diesen film gut in erinnerung also als gut in erinnerung ich habe das letzte mal gesehen auf vhs es ist also mindestens 20 jahre her ja und jetzt habe ich ihn noch mal gesehen und ich habe mich nicht daran erinnern können dass der eine so hohe dosis an temporeicher explosiver action beinhaltet dieser film da konnte ich mich nicht daran erinnern alleine die ersten 20 minuten des filmes sind eine einzige große action orgie kann ich nicht anders sagen ich habe wirklich gesagt das geht das jetzt so weiter das ist unglaublich und dann kommt aber noch ein bisschen handlung also es geht um folgendes das ganze beginnt mit einem banküberfall und die täter also die den überfall verüben die haben kugelsichere klamotten an das ist ziemlich schwer auszuschalten ja so aber mit kopfschuss schaffen sie es dann doch dann und dann war das sind viele polizisten unter anderem eben gary daniels dabei ja so und dann kann aber einer von den tätern vom tatort mit einem motorrad entkommen und dann folgt eine unfassbare supergeil gefilmte stunt überladene explosive auto verfolgungsjagd gegen diesen motorradfahrer fantastisch so was macht man so was siehst du heute in filmen nicht mehr vielleicht in den tom cruise action film mark a mission impossible das mag sein aber das sind auch wirklich dann schon mal so ein einzelfall alle fünf sechs jahre mal ja und vor allem wenn man bedenkt dass dieser film ein total geringes budget hat alle feiern immer aus den 18 und 90ern canon zu recht sind die haben ja geile kultige filme gemacht keine frage ja aber pm finde ich komplett underrated was die für filme rausgekloppt haben teilweise überhaupt hier hier joseph murray und richard pepin oder wie der heißt so heißen die beiden ja dieses duo wenn die im vorspann auftauchen kannst du davon ausgehen dass da gute action drin ist und ich habe mir auch das buch was da drin ist durchgelesen und ab und seither weiß ich jetzt von der sieben minuten regel denn pm entertainment hat sich auf die fahnen geschrieben in unseren filmen passiert alle sieben minuten mindestens alle sieben minuten bestenfalls schon weniger als sieben minuten passiert entweder ein mord oder ein zweikampf eine explosion oder eine auto verfolgungsjagdszene dadurch haben diese filme ein extrem hohes erzähltempo und einen hohen unterhaltungswert und was sie mit geringsten mitteln wirklich rausholen da fällt dir die kinder runter das siehst du in einigen big blockbuster produktion die multimillionen dollar gekostet haben nicht weil das geld reingeblasen wird in überteuerte schauspieler gagen oder irgendwelche mit computer animierten fassaden oder gebäude oder was auch immer da alles so was das was man eigentlich teilweise gar nicht an cgi wahrnimmt ja darf man ja auch nicht vergessen gut also zurück zu dem film am ende dieser langen langen verfolgungsjagd wird der fahrer gestellt steht mit dem rücken zu den polizisten es sind fünf polizisten ja unter anderem gary daniels und dann dreht er sich aber ruckartig um als hätte er eine waffe in der hand und dann schießen sie ihn alle über den haufen und dann ist er dort nehmen sie ihm den helm und die maske ab und sehen oh gott das ist ja ein teenager ist ja fast noch ein kind sind erstmal alle sehr bestürzt ja es war tatsächlich fast noch ein kind und zwar der sohn von einem gangster boss der mehrere söhne hat und er schwört jetzt gut die rache an diesen fünf cops bis morgen um diese uhrzeit sollen die alle tot sein so alles weitere ist dann jetzt schon spoiler und hier passieren dinge da habe ich ich habe das nicht mehr in erinnerung dass das so weit geht ja und das ist also erstmal werden die anderen vier kollegen von gary daniels nach und nach platt gemacht ja sein bester kumpel ist übrigens ein arbeitskollege ist auch ein kopf ein schwarzer der ist auch an diesem einsatz dabei allerdings nicht bei der verfolgungsjagd sondern nur am anfang als sie da vor der bank der die bank umlagern und dann auf die ganzen gangster schießen ja nachher wenn die verfolgungsjagd beginnt ist der nicht mehr dabei dass ferr gary daniels alleine mit seinen kollegen dann jeweils in autos dann halt blablabla so und erst mal werden wie gesagt diese vier diese vier cops ausgestattet jetzt ist nur noch er übrig er sagt übrigens auch er sei derjenige gewesen derjenige gewesen der die tödliche kugel abgegeben hat um den zu töten diesen jungen typen was ihn auch belastet so und dann kommt es noch so weit dass er verfolgt wird mitsamt er ist gerade mit seiner familie unterwegs und dann werden die plötzlich von von den gangstern aufgelauert und dann gibt es eine weitere autoverfolgungsjagd und am ende dieser autoverfolgungsjagd stürzt gary daniels mit seinem auto von der klippe und seine ganze familie verreckt dabei und er ist erst mal ein jahr im koma und du denkst so was die sind jetzt alle tot das kannst du doch nicht bringen einer kurz vor schluss des films in mir vom letzten drittel ja und dann gehen sie noch einen schritt weiter und der partner von ihm steigt also der besuch dem kranken aus nachdem er wieder zu sich gekommen ist nach diesem koma und er besucht ihn dann und erzählt ihm halt dass seine familie leider nicht mehr dass sie es nicht geschafft haben und so und er ist komplett fertig geht der typ raus sein partner und steigt raus ins auto boom autobombe partner auch noch tot alle weg ja so und dann rastet gary denn jetzt aus und dann kommt es zum finale dann geht er wirklich hin und dann ich weiß nicht warum es nachher so ein fabrikgelände ist aber egal er kämpft sich dann wirklich durch und auch erst hier im letzten drittel des filmes ja es gab jetzt schießereien es gab autoverfolgungsjagden große explosionen autos die meilenwald durch luft fliegen jenseits der gesetze der physik ja und meistens im fliegen schon explodieren obwohl gar nichts war was man sich also diese diese brückenszene da siehst du flüchten einige der schurken mit einer limousine ja und gary denn jetzt ist oben auf dem limousinen davon kämpft da so ein bisschen mit denen und dann stellt sich die limousine plötzlich quer und von vorne kommt ein truck und spaltet die die limousine dann in zwei häften mit einer großen explosion und gary denn jetzt springt in letzter sekunde von dem ding runter ins wasser da ist eine brücke das passiert auch an der brücke diese szene da können sich hollywood mal ne fucking scheibe von abschneiden also es ist wirklich ich hab da wirklich teilweise mit runtergelassener kinnlade gesessen weil ich mich da überhaupt nicht mehr drinnen konnte dass da so eine geile action in diesem film ist so was liebe ich solche in solche szenen feiere ich wirklich hart so und dann wie gesagt am ende kommt es dann ebenso was da in diesem fabrikgelände die jetzt leute machen auch erst in diesem letzten drittel gibt es dann endlich martial arts gary dennis ist ja eher ein martial arts star und art kamekow der hat der film inszeniert erste regie der die regie gemacht der ist selbst martial arts künstler und kennt sich daraus ist auch choreograph und alles ja deswegen sind diese martial arts szenen eigentlich auch sehr solide ist auch wir jetzt nicht top notch aber es ist eben für solche verhältnisse wenn man so van damme filme oder so mag in die richtung geht das schon so ein bisschen ja so und der ganz finale showdown ist dann also er da ist auch noch wie ein korrupter kopp in das ganze involviert den holt er sich noch und den meisten leuten bricht er halt meistens das genick und der holt sich ganz am ende den oberschwein und das ist eigentlich nur ein alter sack dieser gangster kann jetzt natürlich logischerweise kein langer zweikampf stattfinden gegen einen ausgebildeten martial arts experten das ist ja dieser alte sagt was will er dann machen ja deswegen schießt gary daniels in die kniescheibe weg dann kriegt er da auf dem boden rum und winselt noch das arschloch dann und dann sieht gary daniels das eine der kugeln so ein fass getroffen hat wurde brennbare flüssigkeit ausläuft und in dem moment wo sich der schurke umdreht eine knarre rauszieht die er irgendwo versteckt hat und auf gary daniels schießen will schmeißt der schon ein brennendes feuerzeug genau in dieses benzin oder was siehst du nur noch eine große explosion hinter dem weggehen die weggehenden helden die sind dieses walk-off und dann kommt die schulschrift richtig so rein damit wir brauchen jetzt kein emotionales geplänkel hinterher noch so wie er irgendwie am grabstand der familie noch mal steht oder von seinem freund und ihm die ehre erweist oder so ein ehrenbegräbnis oder so ein scheiß oder nein brauchen wir nicht schulschrift die ganze scheiß interessiert egal das geil tut mir leid ich finde das geil ich hatte für mich gefeiert meiner meinung nach in meiner erinnerung von damals her die filme die ich mit gary daniels erfahrers halt hatte die ich gesammelt habe ja mein lieblingsfilm war immer nacht des terrors night of terror originaltitel riot und den gibt es auch auf dvd und card ich habe den aber nicht ich habe immer gekauft und dann sage ich dann zu hause die 16e der ist geschnitten stimmt ja nämlich in ungesehen wieder abgeschoben bis heute habe ich die noch nicht aber das war meine meine erinnerung der beste gary daniels film kann ja nicht sein ich kann ich kann mir nicht vorstellen dass er besser als recoil ist vielleicht ich weiß auch den showdown da nicht mehr das weiß ich nicht mehr aber nicht mehr so genau jedenfalls gut bei der vorletzter fünfer und ich will mal lassen wir fertig werden jetzt kommen wir noch mal zurück zu jesse wie johnson dem regisseur von der package und zwar mit accident man ja gut ich gebe ich gebe es zu hier bin ich jetzt noch mal sicher gegangen den kenne ich hier film ja also gar nicht so lange hätte ich den gesehen habe aus dem verleih oder im streaming irgendwo ich den gesehen weiß nicht mehr aber ich konnte mir noch recht gut daran ich wusste halt dass sich ihre haus normal ich hatte auch bock auf der film gehabt und der ist auch geil der film das passiert auf einer graphic novel also auf comic wenn man so will ja und es geht um eine gruppe von auftragskillern die alle auf ihre spezielle weise morden scott adkins spielt hat den accident man denn er lässt seine auftragsmorde aussehen wie unfälle dass man wirklich nicht dahinter kommt dass das jetzt ein anschlag war das ist so sein ding da gibt es da so einen irrenachstmörder der wie ein psychopath irgendwie keine ahnung wie so ein serienkiller backwoods slasher typen dachs leute der zerstückelt und dabei schreien und brüllen wie ein wildes tier alles klein holz wenn er noch da habe ich ja auch michael jai white den ich auch unheimlich gerne sehe und und seinen partner das ist so ein duo das sind eigentlich absolut abgebrühte söldner somit kommen vom militärbereich her und sind da die besten und härtesten säure die du dir vorstellen kannst und die agieren halt als team dann haben wir hier amy johnson die spielt so eine assassine die erstmal ihre opfer verführt ins betten mitnimmt und dann dort abschlachtet da wird ja auch martial arts mäßig unheimlich viel drauf hat weil sie von einem samurai eine abtrünnige samurai ausgebildet wurde das wird auch alles in so kleinen flashback sehen ganz geil gezeigt und erzählt und dann haben wir hier noch so ein giftmischer der sagt eigentlich kaum was er machte man so wie so eine schlange die total overactive komplett abgefreakt die ganzen typen hier aber ich mag das dieses comic-hafte halt das ist hat so der tötet mit gift und dann haben wir noch so einen kleinen dicken moppeligen weichei bebrillten typen der tötet gerne kreativ der macht gerne so erfindungen und so zum beispiel hat er ein pflaster erfunden ja wenn du dir das auf deine wunde klebst dann kommt von dem pflaster irgendeine substanz die geht in deinem blut das vergiftet dich aber nicht aber es macht dich allergisch auf das nächste was du zu dir nimmst so schwer allergisch dass du dann an dem nächsten was du zu dir nimmst stirbst an einer allergischen reaktion das sieht dann natürlich vor vor der gerichtsmedizin aus ja das war ein allergischer schock auf das was er da genommen hat vielleicht wusste er nicht dass er allergisch ist oder so dumm gelaufen ja das ist dieses pflaster hat er halt hergestellt und keiner glaubt ihm erstmal höh das kann doch nicht funktionieren was wie willst du das dann hergestellt habe das ist ja blödsinn naja so und dann das sind so die leute und dann gibt es noch ray stefenson der panischer aus panischer war so ein schauspieler und der führt die alle an und dann gibt es noch so einen steinigen schmierigen kleinen winkel advokaten ja nee ist da kein anwalt so ein so ein so ein so ein der die der die aufträge ran holt ne der der organisator der die aufträge hat er halt ran holt und den leuten dann zuteil je nachdem was gewünscht wird für eine art von auftrag wie das jetzt umgesetzt werden soll ja ob das jetzt ohne spuren ablaufen soll ob das ein massaker werden soll oder je nachdem und dann holen sie sich eben einen von den leuten aus diesem team die treffen sich immer in so einer komischen bar in so einem club ein geheimclub irgendwie so das ist so der der basis die basis ausgangssituation so und der excellent man also scott adjans ich nenne ihn einfach scott adjans einfacher für alle der hatte eine ex-partnerin die hat ihn verlassen für eine lesbe das muss wehtun oder und er stellt sich heraus dass die tod auf das wird umgebracht wird von irgendwelchen junkies ausgeraubt vergewaltigt und abgestochen scott adjans forscht aber ein bisschen nach und kommt ziemlich schnell dahinter nee das war ein profi ding das war ein auftragskiller ja musst du so aussehen lassen also muss da mehr dahinter stecken und dann kriegt er noch raus als er denn die lesbische freundin von ihr aufsucht und so ein bisschen ausfragen rauszufinden wusste die irgendwas was ist denn da los woran kann das dann gelegen haben er kriegt er dann raus seine ex war schwanger und zwar von ihm und ab hier ist das was persönliches für ihn alles weitere ist dann jetzt mal spoiler als erstes sucht scott adjans jetzt die beiden söldner auf also michael drywall unseren partner und fragt die aus und die beiden waren auch tatsächlich wie er herauskriegt auf diese weise tatsächlich waren es auch die 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 alle umgebracht haben aber sie sagen eben wir wussten nicht dass sie schwanger ist das war nur ein auftrag du warst von der ja auch schon getrennt und hätten das vielleicht gar nicht angenommen wenn die jetzt noch zusammen gewesen sein wollen zusammen gewesen wert so ja dann hätten wir es nur aber das wussten wir alles nicht tut uns leid wir haben nur unseren job gemacht dann lässt er sie auch in ruhe nachdem man sie erstmal hart zusammengeschlagen hat länger ziemlich geiler kampf in deren dojo wo sie gerade trainieren so ja dann geht er weiter hier recherchieren und will herausfinden was dahinter steckt und spricht hat einem dann seinen mentor an da sieht man auch eine lange flashback sequenz wie die beiden sich kennengelernt haben als der accident man noch jung war wie er dann von ihm aufgenommen wurde von dem von seinem mentor und ausgebildet wurde und alles ziemlich geile längere man nimmt sich also auch zeit für die figuren das fand ich auch gut und durchleuchtet so ein bisschen den hintergrund das alles sehr geil erzählt in diesem film finde ich und dann kommt es halt eben so dass der die 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 auftrag geber dahinter warum dieses mädchen jetzt getötet wurde ja das sind irgendwelche was genau was ich jetzt gar nicht mehr auf jeden fall ist seine ex freundin umweltaktivistin gewesen und hat da wohl den irgendwelchen umweltsündern ans bein gepisst in einem großen konzern oder irgendwie viel geld machen konnte mit irgendwelchen scheiß irgendwelchen bohrungen ölbohrungen ich weiß das irgendwelche verschmutzungen halt ja und deswegen wurde sie ausgeschaltet und an dem auftraggeber will er sich jetzt natürlich rächen den will er killen den will er platt machen das ist ja aber ein kunde von scott adkins mentor und der schutz seine kunden also hättest er jetzt alle killer aus seinem team auf scott adkins sie sollen verhindern dass er den kunden tötet und amy johnson selbst schickt er direkt hin zu dem kunden so als bodyguard sollte er es tatsächlich dahin schaffen dann soll sie ihn aufhalten weil sie ist sonst so neben scott adkins selbst vielleicht wohl die beste kämpferin oder was ja und dann kommt es zu etlichen kämpfen und nach und nach macht scott adkins dann auf ziemlich coole weise die ganzen typen platt okay michael jai white macht er nicht wirklich platt er besiegt ihn und schlägt ihn am ende mit einem feuerlärscher k.o. ich glaube nicht dass er daran gestorben ist und er sagt am ende auch ja gut okay aber der partner von ihm der wird abgeballert und zwar durch die hand von michael jai white der eigentlich scott adkins erschießen will der aber rechtzeitig zur seite springt und dann trifft er seinen eigenen partner und danach macht scott adkins ihn auch platt mit dem feuerlärscher und aber der ist halt wohl noch nicht tot ich schätze mal das mussten diese machen weil es vielleicht in der comic vorlage auch so ist ich habe die comics nicht gelesen kennt das andere von euch weiß da einer was war da meine fortsetzung geplant kommt da vielleicht noch eine fortsetzung ich würde mich da sehr darüber freuen man kann das gut fortsetzen meiner ansicht nach wie gesagt man lebt ja noch könnte sich an der rächen wollen oder irgendwas und dann sein gegenspieler werden oder irgendwie sowas ist ja ein ebenbürtiger marshall arts mäßig ebenbürtiger kämpfer könnte man was daraus machen naja wie macht ihr die anderen auch noch so nach und nach dann ist noch dieser kleine mit seinem pflaster da den haut er nur mit dem telefonbuch k.o. weil das ist ja was was will der ihm entgegensetzen keine chance gegen scott adkins so und dann reist er halt hin zu diesem auftraggeber und da kommt dann der schlusskampf wenn man so will gegen amy johnson und das ist auch einer der geilsten kämpfe in dem film finde ich neben dem ersten im dojo gegen michael jay white und seinen partner noch das sind so die beiden geilsten am besten choreografierten marshall arts einlagen in dem film finde ich persönlich so und dann macht er die alte auch noch platt ja also nichts von wegen aus einer frau die darfst du nicht schlagen die kriegt so auf die fresse wie sie es verdient hat tut mir leid weil die spielt ja auch so eine unsympathische arrogante bitch ja die hat das auch echt verdient und die macht halt eben fertig nachher geht sie dann als sie dann sieht sie hat keine sonne geht es mit dem samurai schwer auf und los ja das ist natürlich klar schön die vorteile für sich selbst erhöhen mit einem fucking schwert hat aber trotzdem nichts gebracht und mit diesem schwert enthauptet er danach noch den auftraggeber hat er versucht auch da irgendwie für sich freizukaufen hat aber keine chance so und dann geht scott adkins zurück in dieses lokal in dem sein auftrag sein sein mentor sitzt und erklärt ihn darüber auf dass sie alle beschissen wurden denn dieser mentor mentor der auftrag der die aufträge ran zieht ja der wollte nicht nur dass die alte ausgelöscht wird der wollte auch scott adkins auslöschen oder auslöschen lassen dafür hat er auch einen tonaufnahmen beweis damit hat er eine der obersten regeln von dem ganzen scheiß gebrochen also ist jetzt auch der mentor von scott adkins pissig auf den typen der die aufträge auf diesen schleimigen kleinen gift zwerg da und den ja dem haut scott adkins dann auf die fresse als er da auch noch da aufläuft vor ort und hinterher gibt er eben ein pflaster für seine wunde und danach bieten sie immer einen early tea an den trinkt er wohl ganz gerne und dann stirbt er einem schock also hat das pflaster funktioniert und dann ist er auch tot und dann sagt allerdings dann sein mentor zu ihm richtet eine waffe plötzlich auf scott adkins und sagt ihm halt eben du bist nicht geschaffen für den job du hättest es einfach hinnehmen sollen dass seine freundin tot ist kind oder nicht ex freundin oder nicht du hättest professionell genug sein müssen darüber zu stehen ja es ist ein job ist ein job sagt der motto und wenn du da emotional involviert bist dann bist du für das ganze hier nicht geschaffen aber er lässt ihn dann gehen und dann geht er auch sagt sagt sich aber nur ich mache trotzdem weiter wohl für sich selbst dann oder was keine ahnung dann geht es in den comics wohl irgendwie weiter weiß ich nicht aber ein sehr schöner actioner finde ich sehr geile marschall als einlagen ich mag diesen comic haften stil von dem ganzen er hat auch erzählcharakter also hörst du den hält den helden aus dem oft viel sprechen und viel erklären das mag ich auch immer ganz gerne dieses narrativi oder wie sagt man dazu schöner film weiß ich nicht auch ein paar große duelle michael jay white gegen scott adkins hat man ja zuletzt gesehen in den andes pute 2 das war schön ja da kommen wir doch bleiben wir doch noch bei dem guten michael jay white bei dem fucking besten film ich das gesehen habe auch hier war ich wieder überrascht denn in meiner erinnerung war der ok und ich wollte den genauen cut haben da hatten wir irgendein lieber zuschauer den sogar im media book geschenkt den kriegt man nämlich nur im media book uncut und zwar geht es um falcon rising danke für diese schenkung alter wer immer du das auch war es jetzt ne ich weiß es nicht mehr auf den kopf ich gehe das immer tut mir leid dass ich da das ist mir immer selbst sehr peinlich dass ich mir die ganzen namen wer was geschenkt hat einfach nicht merken kann was ist so eine menge es gibt so viele mystery unboxings wie ihr ja wisst ich kann mir dass ich bin da wirklich schlecht renne seht mir nach seid mir da bitte nicht böse ich bin euch allen dank weil die mir jemals irgendwas geschenkt haben das ist nämlich nicht selbstverständlich und eigentlich bin ich auch der meinung ich habe es nicht verdient aber ich kriegs ja warum ich wäre ja blöd wenn ich sagen will nie will ich nicht vielleicht doch blöd das kitzelt mein narzissmus doch gar nicht so also ich habe den gesehen damals den film ich weiß auch gar nicht ob ich gesehen hat muss ich dazu sagen ja vielleicht verfalle ich deswegen auch nicht so frei aber halt davon dass der film geil holy shit also es geht darum magischer white spielt den ex-söldner auftrag was war der moment das steht auch irgendwie hinten drauf us marine genau ex us marine unter dem rufnamen falcon also falcon falcon rising und ist aber im ruhestand nachdem er irgendwie schlimmen auftrag hinter sich gebracht hat der nicht so lief wie sollte und deswegen trauma ihr kennt das so und jetzt erfährt er davon dass seine schwester schwer verletzt die wurde überfallen und ist in rio de janeiro und ist da liegt da im koma also fährt er dahin um zu gucken was ist was ist da der hintergrund und in rio de janeiro gibt das slums oder ghettos und das sind die sogenannten favelas und die haben so ihre eigenen regeln gibt es dann auch dealer und gangs und all diesen ganzen käse und diesen kokolorus dort so und da fängt er dann an zu ermitteln was dann dahinter steckt und so und dann ist da auch noch so ein korb der die ganze zeit weißt du die ganze zeit immer nicht so ja der geht ziemlich rau und hart vor und ist auch nicht wirklich sympathisch aber er tut ja schon das richtige und er will auch dass die ganzen dealereien und so da aufhören also er kämpft schon gegen das unrecht aber irgendwie ist der so komisch der typ da noch ein partner das ist ein capoeira kämpfer das sind so die beiden da dann in dem bereich und die versichern halt eben falcon dass sie die täter hinter der sache finden werden so oder alles weiter kommen jetzt aber schön ist jetzt schon zum spoiler also er kämpft sich ja noch durch einige gegen sachen durch natürlich er wird er ermittelt ja und dann muss er ja fragen stellen und dann auch an leute die keine fragen gestellt haben wollen und dann kommt es durchaus auch zu kleinen martial arts einlagen es ist kein atemloser action reißer ja aber es gibt genug action um ständig genug bewegung zu haben im film aber der film wird auch gut getragen von michael ja white der einfach eine richtig geile präsenz in diesem film hat von der guten kamera arbeit und diese ganze favela atmosphäre hat auch so eine von der location her so eine gewisse stimmung die mir auch gut gefallen hat und mich gut erhalten hat mich persönlich jedenfalls so er kriegt auf jeden fall nachher am ende raus was dahinter steckt denn dieser corp der ist korrupt und arbeitet zusammen mit jakuzas und die die wollen dieser favela in der das ganze spielt die macht haben deswegen soll dieser corp die ganzen eigentlichen dealer und so da auch hochnehmen und ausrotten wenn man so will deswegen geht auch so rigoros und rabiat gegen die vor weil er eigentlich für die jakuzas arbeitet die da sich dann breit machen wollen das ist eigentlich der hintergrund und das hat seine schwester herausgefunden alles aufgeschrieben da so ein buch wo sie alles immer reinschreibt also hat sie da so fakten gesammelt und das war dann zu gefährlich deswegen wollten sie sie ausschalten auch während des filmes ist so mehrmals eine asiatische olle die da auftaucht sich hat kann ich was er verkleidet und versucht sie zu vergiften und so schafft sie auch immer fast aber es wird immer ein letztes in letzter sekunde doch noch verhindert die schwester von ihm wird immer in letzter sekunde doch noch irgendwie gerettet so ja und nachdem er das alles rausgefunden hat kommt es zu einem wunderschönen finale in so einem lagerhaus kommst du zum showdown zwischen Michael Jai White und unseren drei schurken wenn man so will aber auch nur eine ganze menge andere leute die haben ihre henchmänner immer dann noch da kennt man ja klassisch aber da kommt es nachher wirklich zu einem einer gegen drei showdown die sich wirklich alle drei gleichzeitig gegen ihn stellen dieser jakuza selbst der ist martial arts mäßig gut drauf und hat ein samurai schwert dann dieser korb der hat eigentlich nicht besonders viel drauf ja und dann noch dieser dieser capoeira kämpfer der der partner von diesem korrupten korb ist also ebenfalls korrupt und das ist ein richtig schöner recht langer martial arts showdown wie man das aus dem klassischen alten old school action film kennt wie ich mir das bei einem solchen film auch wünsche wenn du in der hauptrolle einen martial arts darsteller hast dann willst du ihn auch in aktion erleben dürfen in einem schönen vernünftigen finale und genau das wird hier geboten erstmal macht er den capoeira kämpfer im zweikampf fertig und bricht ihm das genick dann schnappt er sich diesen korrupten bullen und sticht der der hat die ganze zeit so ein kirchenkreuz hier umhals das ziemlich groß ist das nimmt da und sticht ihm das in die brust rein ja woran er dann langsam verblutet während der dann der liegt ja da und ist am verbluten während dann michael jai white im finalen kampf gegen diesen jakuza kämpft der geht mit seinem samurai schwert auf michael jai white los deswegen schnappt er sich so zwei so ne komischen stangen die man dann so wie also hier ist dann so ein griff und hier ist dann so die guter drive geil choreografiert super inszeniert und am ende kloppt michael jai white im typen das ding so hart vor die bünde dass du denkst okay viele basisbruch der ist tot ja dann wendet er sich wieder diesem sterbenden gruppen kopf zu der verlangt jetzt von michael jai white dann eine pistole damit er nicht jetzt langsam verrecken muss er will erlöst werden wenn man so will ja gibt michael jai white aber auch noch daten auf irgendwie so ein stick ja oder nee gar nicht er gibt ihm einen schlüssel und die führt zu einem schließfach und da sind informationen drin damit kann sie können sie noch ganz viele korrupte leute auffliegen lassen und so also um sehr seine seele vor dem sterben noch zu bereinigen gibt der michael jai white diese informationen dann noch mit und dann gibt michael jai white ihm die knarre damit er sich erschießen kann dann kommt allerdings plötzlich der jakuza noch mal wieder hoch und riecht jetzt eine knarre auf unseren helden der allerdings wiederum dann auch zwei pistolen hochreißt oder eine weiß ich nicht mehr und dann den schurken auch noch final mit blei vollpumpt richtig schön blutig ein wunderschönes finale ehrlich richtige kunst ja ich liebe sowas einfach ja so konsequenze enden naja und ganz am schluss trifft er ja noch so ein kumpel irgendwie so ein sohn der so ein bisschen connections hat und der bietet marge also falcon dann an unter dem decknamen falcon wieder eingesetzt zu werden und er nimmt dann an so er ist dann jetzt wieder in seinem alten job drin hat wieder blutgeleckt wenn man so will und wird dann jetzt weiter keine ahnung folgt das und folgt weiß ich nicht kann man gut machen der charakter taugt dafür finde ich ja also ich war wirklich ich habe ja nicht so gut in erinnerung genau ähnlich wie mit hier recall ja also es gibt doch noch ordentliche action kracher im b-movie bereich die einfach mit einem guten schauspieler in der guten hauptrolle mit einer guten präsenz punkten können mit ein bisschen charakterentwicklung kann wendungen guten schurken und vor allem auch einem ordentlichen showdown ja es gibt es noch aber es wird immer seltener und das macht mir ein bisschen angst irgendwann glaube ich ist es mal vorbei mit dem film gucken weil da nichts mehr kommt jedenfalls nichts mehr für mich nur noch was für ängstliche weicheier die das nicht so gerne haben wenn er so böse haue haue sachen drin sind in actionfilm da muss lieber peng und tot und oh gott ist das schlimm ich gucke nicht hin ich weiß nicht was mit den leuten los ist ich weiß es nicht aber noch nicht der hält nein 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 muss der handfigur machen am besten weiblich und schwarz das war das feedbacks für heute wie gesagt ich setze mich gleich noch rein und schneide noch das garten video obwohl ich weiß nicht was heute noch schaffe ich habe noch radio zu machen weil mache ich das auch morgen wo ich sehe gerade ich schaffe das jetzt gar nicht mehr vor der sendung dann werdet ihr dieses video erst morgen früh sehen oder heute spät nacht so ist das leben manchmal glaube ich auch ziemlich lang geworden das ding hier oder und wollte ich gar nicht so naja ich bin da nicht bei euch fürs zuschauen und durchhalten wir sehen uns im nächsten video auf jeden fall wieder was immer das dann auch sein wird ja ich denke mal als nächstes mache ich morgen die kommen in section mal gucken und dann natürlich zwischendurch dieses garten ding wenn ihr euch dafür interessiert ich würde euch auf jeden fall viel spaß bei mir als nächstes schaut und bis zum nächsten mal sage ich wie immer fährer